Brauchen wir eigentlich ein eigenes Intro? Wäre schon cool, wa? Irgendwas Abgewandeltes von irgendeiner Comicserie oder sowas. Sowas wie Gummibären. Weißt du, der Titelsong. Und dann einfach so ein bisschen angepasst. Mein Bruder hat gesagt, er möchte dir dieses Jahr eine Flexi-Leine zum Geburtstag schenken. Wegen Flex. Damit ich mit ihm um den Blog gehen kann, oder was? Okay, mache ich. Dann gehe ich mit deinem Bruder dann schön Gassi in so ein kleines Latex-Kostüm am Christopher-Street-Day oder so. Eine Flexi-Leine, wie kommt der denn nur sowas? Ah, machen wir es live, ja? Müsst du eigentlich gerade kein Training haben. Er ist 18 Uhr. Was ist los? Du wolltest nochmal kurz erklären, was das mit der Flexi-Leine-Aufsicht hat. Die wollen wir dir zum Geburtstag schenken. Ja, ich habe schon verstanden. Du willst danach mit mir einmal um den Blog laufen, ja? Hast du so einen passenden Latex-Anzug? Hast du so einen passenden Latex-Anzug, den du anziehen kannst mit so einem Halsband? Kriege ich hin. Okay, super. Können wir das dann live aufnehmen und bei YouTube mit reinpacken? Machen wir als Intro für unseren Podcast. Machen wir so. Okay, cool. Gut, was zockst du denn da? Leak. Okay. Ja. Okay. Okay, er hat aufgelegt. Okay. Ja. Sonst hätte ich das gemacht. Nachdem ich gehört, dass er League of Legends zockt. Hat er Freunde? Nee, ne? Mannschaftskameraden. Okay. Ja, okay. Menschen, die League of Legends spielen, haben keine Freunde, oder? Nur Online-Freunde. Ja. Ich habe letztens so ein lustiges Reel dazu gesehen. Da läuft einer über die Straße und filmt sich so und sagt so, wenn du deine Mates das erste Mal in Real Life siehst und filmt danach so eine Mülltonne. Das ist wirklich jedes Mal so. Weil wir mit Random-Spielen auch immer irgendwelche Idioten dabei. Drei Leute landen an dem Platz, der andere landet irgendwo in einer anderen Waller High und stirbt. Und spammt dann die ganze Zeit, bitte helf mir, bitte helf mir, bitte helf mir. Wo ich mir denke so, du Huchensohn, spring doch nicht einfach 100 Meter entfernt und spring in ein anderes Team rein und stirbt dann. Was spielst du so? Wir spielen aktuell ganz viel Raw Zone. Also Call of Duty. Das habe ich, glaube ich, auch mal auf der Playstation gespielt. Das ist ja kostenlos. Genau, das konnte man sich so runterladen, ne? Genau, genau. Das habe ich mit Sahin gespielt, der war ja auf dem Podcast. Sahin Kovanschis war, der auch bei Arctic Warrior war, der auch Scharfschützer ist. Mhm. Bei der Bundeswehr, der CrossFit Gym hatte in Nürnberg und der war so behindert darin. Der war so gut. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja, das ist auch, man sweated auch ordentlich. Also das ist schon, man kann da schon... Woher kommt eigentlich, also dieses Sweaten, dieses Schwitzen, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, das kommt von diesem, kommt ja aus dem Gaming schon, aber das ist ja dieses, wenn Leute so auf Krampf versuchen, so den Win reinzuholen und alles dafür machen, so dieses, wie hat, es gab noch so einen anderen Begriff. Das war für mich so dieser FIFA-Moment, wenn du vorher so, so auf lässig gespielt hast. Ja. Und dann hinsetzt. Dann wurdest du ernst und dann bist du so... Ja, ja. Okay, reicht jetzt. Das ist der Bezug, den ich dazu habe. Ja, so in die Richtung musst du dir das auch vorstellen. Das Problem ist, bei Warzone ist ja so, du hast ja eine bestimmte Kartengröße und dann hast du ja ein Gas drumherum und das verkleinert sich ja immer. Das heißt, das Auge wird immer kleiner und du musst dich halt mitbewegen und desto natürlich kleiner die Fläche ist, desto mehr Spieler, desto höher ist das Risiko, dass du stirbst. Du willst aber der Letzte sein, der gewinnt. Mit deinem Team. Genau. Und deswegen versuchst du natürlich irgendwo dich zu verstecken teilweise oder irgendwo von hinten aus dem Hinterhalt, keine Ahnung, Kirche, irgendwo vom Dach runterzuspießen und Co. Und das sind diese Sweater und Camper oder verbunden am besten auch beides so. Camper, den Begriff kenne ich noch. Camper ist ein bisschen Huch und so. Battlefield 2 und 3 Zeiten. Oh ja, das war krass. Das war eigentlich, ich glaube, es war besser die Zeit. Ja, war es auch. Ja, Battlefield kommt wieder nächstes Jahr. Kommt ein Update. Also hast du am Wochenende viel gezockt? Nicht nur am Wochenende auch jetzt, ja. Keine Ahnung, mich hat auch wieder ein bisschen gesundheitlich erwischt. Komischerweise, ich weiß nicht woher, ich war eigentlich fit. Und jetzt merke ich so, meine Nase ist ein bisschen am Laufen und gestern beim Training, kennst du das, wenn du schon, du bist beim Sport und du merkst, so deine Leistungsfähigkeit ist so nicht bei 100 Prozent. Du drückst so 90 Prozent von deiner Max-Kraft und du hast schon das Gefühl so, oh, es fühlt sich voll schwer an. So war es gestern und dann habe ich heute gesagt so, nee, ich skip mein Training und mache heute mal ein Rest und gucke mal, wie es morgen ist. Aber morgen wäre eigentlich Volleyball dran gewesen, habe ich auch geskippt, habe ich auch abgesagt und dann mal gucken. Aber wir haben jetzt ein neues Hobby mit den Jungs. Wir gehen jetzt regelmäßig Beachvolleyball spielen, wollte ich immer mal machen. Freunde von mir machen das jetzt eigentlich schon seit einem Jahr, regelmäßig und habe die mal gebeten, mich mitzunehmen und war ich jetzt letzten Samstag das erste Mal mit und das hat mir so Bock gemacht. Ich war zwar klitschnass, weil es übelst anstrengend im Sand zu spielen ist. Die haben auch eiskalt zwei Stunden durchgespielt. War maximal so zehn Sekunden Trinkpause und dann weiter. War echt cool. Und die Gefahr, wie dachten sich so Leute? Nö, tatsächlich ging es. Also Volleyball ist ja Gott sei Dank nicht so mit extrem viel Rennen, sondern eher so diese kurzen Reaktionsmomente haben, wo ich auch gemerkt habe, du kennst dich, wenn du zu früh abspringst und einfach bist schon in der Luft und der Ball ist aber noch so dieser halbe Meter, der neben dir fehlt. Und dann denkst du so, nein, wäre ich mal eine halbe Sekunde später abgesprungen. Aber es war schon sehr witzig. Also wenn du Bock hast, kannst du gerne mal dich anschließen. Wir waren jetzt in Schöneberg im, ich glaube, das heißt East 61 oder so. Das ist so eine Halle. Da kannst du dann so Plätze buchen. Haben wir jetzt, glaube ich, für 90 Euro für zwei Stunden gebucht. Also jeder hat Zehner oder Elf Euro in die Mitte geschmissen. Und konnten dann richtig entspannt zocken. Auch alle so entspannte Typen so in unserem Alter. Macht schon Bock. Ich wollte jetzt am Wochenende das erste Mal dieses Paddle ausprobieren. Paddle? Das ist so wie Tennis eigentlich mit einem kleineren Feld und so einem anderen Schläger. Okay. Das ist schon... Was ist der andere Schläger dann? Also hat er ordentlich so ein Netz oder was? Ja, irgendwie so flach. Ich weiß nicht, womit man das so richtig vergleichen kann. Also irgendwie ist es wie so kleineres Tennis einfach. Okay. So ein bisschen irgendwie so Squash-mäßig. Okay. Irgendwie. Also von einer Geschwindigkeit wie Squash? Aber du spielst auch gegen einen Spieler übers Netz? Genau, du spielst zwei gegen zwei oder eins gegen eins. Und über ein Netz. Ich glaube, das ist einfach so kleineres Tennis. Okay. Würde ich sagen. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Da hat mich nämlich der Karimu Samuels, dieser Mobility-Movement-Typ, der wollte mich da abziehen. Aber bevor ich mich mit dem treffe zum Zocken, muss ich erstmal mit dem anders spielen, damit ich nicht gleich... Gleich verkacke. Ja. Okay. Da hatte ich nämlich eine richtig große Klappe im Podcast mit dem. Und jetzt habe ich nur Gewichtheben trainiert. Und seitdem ist so ein bisschen... Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so gut bei wegkomme. Aber ich habe auch Bock, wieder ein bisschen mehr richtigen... Richtigen Sport zu machen. Ja, na, Gewichtheben. Ich meine, Gewichtheben ist zwar ein richtig olympischer Sport, aber ich bewege mich ja nicht viel. Also ich habe heute in meinem gesamten Training, jetzt ungelogen, in drei Stunden Trainingszeit, habe ich 24 Wiederholungen gemacht. Ohne Warm-Up. Aber einfach 24 Wiederholungen, das machst du mit einer Übung. Ja. Drei mal acht. Ja. Und ich mache halt immer nur eine Wiederholung. So. Und ich habe halt keine Kniebeugen gemacht oder so, dann mache ich vielleicht mal drei oder vier. Aber ich sitze halt nur. Also klar, ich werde stärker und so. Und Muskeln behält man dabei auch. Aber das ist halt so, du machst eigentlich gar nicht viel. Ja. Das ist eigentlich so ein richtig... Der Sport ist richtig random eigentlich. Gewichtheben. Ja. Ja. Keb es was hoch, lässt wieder fallen. Ja. Also so in... Übertragen im Sinne. Ja. Ungelogen. Ja. Was hast du am Wochenende gemacht? Volleyball. Und... Sonntag. Was habe ich Sonntag gemacht? Ich war beim Sport. Ja. Eigentlich nur mit Frau trainiert. Achso, wir waren spazieren. Wir waren noch ein paar Schritte sammeln. Am Schlachtensee sind wir einmal drum gelaufen. Haben uns ein bisschen überschätzt. Irgendwie sah der erst mal kleiner aus, als er ist. Und dann sind wir einmal rumgelaufen. Und dann waren es irgendwie sieben Kilometer oder so. Und wir waren entspannt. Habe ich ihr mal ein bisschen was gezeigt. Kannte sie auch noch nicht. Dadurch ist sie ja nicht aus Berlin. Ja. Haben wir eigentlich so ganz gut genutzt. Haben dann zusammen gekocht. Was gegessen. Und dann... Ja. Entspannt. Nichts Besonderes. Dann die ganze Woche jetzt durchgeackert. Und du? Du warst in München, ne? Richtig. Ich habe... Freitag hat mir ein Kunde, ein Freund von mir, hat ganz spontan gefragt. Ey Fritz, möchtest du morgen Abend mit zum Business-Event kommen in die Allianz-Arena zum FC Bayern? Mhm. So. Mit... Sind wir... Samstag früh sind wir... Bin ich um 8 Uhr in ICE gestiegen. Und dann war ich 12.30 Uhr... Wo die waren dann noch, ja? Ja, ICE Berlin-München fährt ja immer gut. Also wir hatten eine kurze Signalstörung oder so. Keine Ahnung. Wo wir 20 Minuten oder 30 Minuten zu spät waren. Aber ansonsten die ICE Berlin-München. Und da merkst du einfach, dass es eine gewisse Relevanz hat, dass da viele Leute langfahren. Der funktioniert einfach immer. So. Ich hatte noch nie Probleme auf der Strecke eigentlich. Dann sind wir angekommen, 12 Uhr. Und dann sind wir zur Allianz-Arena. Und dann hatten wir so ein richtiges Stadion, so eine Führung von irgendwem. Der hat uns alles gezeigt. So Stadion von innen. Wir waren auf der Bank. Also so am Platz. Das ist richtig krass eigentlich. Richtig respektlos, wenn du da unten irgendwie so am Platz stehst. Überlegst du, gehst du einfach aufs Feld oder so? Also was für ein Disrespekt. Das ist eigentlich, was bedeutet, da raufkommen zu können. Und dann mich auf die Bank gesetzt, Foto gemacht. Mein Bruder gesagt, dass es heute nur für die Bank gereicht hat. Ja. Und dann hatten wir so Presseraum angucken. Kabinen durften wir leider nicht, weil das irgendwie zu kurz vorm Anpfiff war. Und dann richtig krass. Also die Dimension von so einem Fußballstadion, Allianz-Arena, ist völlig absurd. So 75.000 Menschen, die da reingehen. Immer ausverkauft. Ich glaube, dieses Jahr war es das erste Mal nicht ausverkauft. Seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. 2002 oder so. 2008. Ist völlig, völlig absurd eigentlich. Und diese Dimension auch von diesen Rängen. Und auch was dahinter so passiert. Also du hast so diese Sitzplätze. Klar, 75.000 hast du noch die ganzen Logen. Dann hast du den Essenbereich. Also eigentlich, ich finde es völlig krank. Was das auch architektonisch, was das für ein Ding ist. Und dann hatten wir da so eine, es war eigentlich so ein Business-Meeting von so einem Zahlungsdienstleister. Kein Plan, was ich da gemacht habe eigentlich. Du hast einfach kostenlos abgestoppt. Richtig. Und war aber eigentlich ganz geil. Also ich hatte so, dann war da so Head of Sales von Marco Polo und Zahlungsdienstleister-Chef von Adidas und so. Also waren schon richtig cool Leute bei, die sich auch für Sport interessieren. Und dann konnte ich mich auch wieder gewundert. Ich denke mich mal, okay, kannst du mit denen so reden. Aber ist so krass, wenn du in deiner Sache ganz gut bist und die in ihrer. Dann gibt es halt immer irgendwie Parallelen, über die du so reden kannst. Schnittpunkte findest du immer. Weil wenn du kein Idiot bist und einfach ein bisschen, wie soll ich das nennen, wenn du einfach kommunikativ bist und auch gerne networkst, wirst du immer eine Möglichkeit finden, mit allen Menschen Fuß zu fassen und einfach ein Gesprächsthema zu entwickeln. Ich habe auf jeden Fall voll viel gelernt. Also voll viel gelernt über so Zahlungsabwicklungen, auch wie der FC Bayern das macht, was sie für Plattformen benutzen, wie der Shop aufgebaut ist. Das ist halt krass, weil da sitzt du halt so auch in meinem jetzt unternehmerischen Status so relativ weit am Anfang, relativ jung. Wenn du mit solchen Leuten, wenn du denen halt auch Fragen stellen kannst und so oder halt auch einfach, du musst dir ja nur angucken, worauf legen die Wert, worauf achten die. Das wird ja einen Grund haben. Also welche Systeme benutzen die, wenn du dich dann fragst, warum, dann kann man irgendwie ganz viele Fehler einfach nicht machen. Und dann haben wir noch Fußballspiele geguckt bei Leipzig aus der Loge. Ich war ja auch schon mal im Stadion. Also ich habe Ähnliches gemacht wie du, so eine Stadionführung. Mein Unternehmen ist ja einer der Hauptsponsoren von Dortmund. Und am Anfang meiner Zeit quasi im Unternehmen haben wir so eine Welcome-Veranstaltung gehabt. Da musste jeder Mitarbeiter für eine Woche in die Zentrale kommen. Also war ich dann quasi eine ganze Woche in Dortmund. Und dort war inkludiert, ich glaube am ersten oder zweiten Tag, eine Stadionführung mit gemeinsamen Essen. Das machen die dann immer so quartalsmäßig wie die Mitarbeiter, die in dem Quartal quasi angefangen haben. Und dann bündeln die das und dann kommen da, was ich, 30, 40 Mann. Also Westfalenstadion, Signal Iduna Park. Genau, der Signal Iduna Park. Haben wir uns dann angeguckt und haben auch quasi sowas gemacht wie, waren auf dem Rasen drauf. Also nicht komplett drauf, aber vorne, wo die Trainer uns quasi den Bereich haben, vor der Bank. Dann waren wir in den Kabinen, richtig an den Plätzen von den Spielern und so weiter. Das war schon ganz cool. Und das war halt krass zu sehen. Also alleine, ich stand nicht mal richtig auf dem Rasen, sondern nur am Anfang vom Feld. Und hab so hoch geguckt und diese, wie das wirken muss, wenn du da unten stehst und du spielst. Und da einfach die Ränge voll sind mit, weiß ich wie viel, passen in Signal Iduna Park? 50.000? 90.000? 90.000? Echt? So viele? Das ist das größte deutsche Stadion. Ey, ich schwör's dir, das ist eine steile Wand vor dir. Ich glaube, die gelbe Wand, also die Wand sind 26.000 allein. Ja. Also es ist Dortmund vollkommen absurd. Ja. Also wirklich, das Stadion ist auch richtig krass gewesen. Farbe ist so ein bisschen, aber... Also ich bin ja eh kein großer Fußballfan, muss man dazu sagen. Ich war aber zweimal dort zum Spiel, weil das ist quasi auch Teil unseres Jobs. Dass wir mit unseren Kunden dort einmal hinfahren. Ja klar, Networken, Kundenbinden. Genau, genau. Wir fahren dann immer mit guten Kunden quasi hin. Und wir haben dort eine VIP-Lounge. Ein Viertel vom Stadion ist unser Bereich quasi. Also so eine ganze Ecke im VIP ist Lounge meines Unternehmens. Und das ist richtig geil, weil dann hast du so deinen abgeschirmten Bereich, wo du mit deinen Kunden dich verziehen kannst. Dann hast du noch die Leute, also die in meiner Position sind aus den anderen Regionen. Dann siehst du deine Kollegen noch ein bisschen, quatschst du mit denen. Dann sitzt man da gemeinsam. Dann hast du da riesengroße Stände mit Essen. Und dann hast du so einen kleinen Stand, dann macht er keine Ahnung, Trüffelpasta mit Käse. Dann hast du den Stand, wo Currywurst mit Pommes, aber so High Class mit so ein bisschen Blattgold oder sowas verziert wird. Dann hast du einen Stand, wo du Pasta bestellen kannst, wie Vapiano. So sagst du, ja ich will Pasta, ich will das, ich will das, ich will das haben. Und dann sitzt du mit deinen Kunden und dann kannst du halt ganz entspannt, da gab es sogar einen McDonald's Stand. Einfach McDonald's hatte so einen kleinen McCoffee Stand mit Kaffee und so Donuts und Keksen. Und war auch entspannt für die Kunden. Natürlich trinkst du dann halt ein, zwei Bierchen. Dann kannst du direkt quasi auf deinen Bereich raus. Ja, guckst entspanntes Spiel und dann gehst du wieder runter. Und du kannst zwei Stunden vor Beginn da schon sein, um zu essen und zu networken. Und kannst zwei Stunden nach dem Spiel quasi dort noch bleiben. Also es ist für meine Kunden immer, wir bezahlen die Fahrt, also die Tickets für die Hinreise. Wir bezahlen das Hotel. Wir bezahlen die Verpflegung quasi, also wir buchen Frühstück im Hotel, Verpflegung im Stadion kriegen die sowieso. Abendessen geht auch auf uns. Und Rückfahrt ist dann auch wieder unser Bier. Ist natürlich ein ganz cooles Erlebnis für die Leute. Und jetzt haben wir auch noch ein Angebot, dass wir unsere eigene Produktion noch mitzeigen. Das heißt, wir können die in unsere Werkshallen bringen. Sind die auch in Dortmund? Wir sind quasi zehn Minuten fußläufig vorm Signal Iduna Park. Okay, also es ist eine Dortmunder Firma quasi, bei der du arbeitest. Genau, genau. Und deswegen haben wir dann ein riesiges Werk, wo wir dann quasi unsere Kunden auch noch mitnehmen können. Sagen, hier produzieren wir die Pumpen, da machen wir das, da machen wir das. Und dann kann man die vorher so ein bisschen abholen. Dann ist es auch ein bisschen schöner für die Kunden, dass sie auch ein bisschen was von uns mitbekommen und danach noch ein Spiel sehen. Jetzt so Networking, wie viel würdest du sagen, also welchen Wert hat das? Bezogen auf meine Arbeit? Ja, generell auch. Oder allgemein im Leben? Ich würde jetzt mit der Arbeit anfangen, wo wir da gerade sind. Also ich muss sagen, bei mir im Job ist ja wirklich Networking sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr entscheidend, gerade im Außendienst, weil du musst ja immer so ein bisschen das Vertrauen der Leute erarbeiten im Sinne von, entweder bist du technisch extrem versiert und die wissen alles klar, ich rufe den an und der kann das aus dem FF. Oder du bist einfach sympathisch und ein cooler Dude, der sich einfach im Kopf einbrennt, den sie aber immer dann wieder assoziieren und sagen, ey, was ist? Ich weiß, er ist zuverlässig, ich weiß da nicht alles, aber er kümmert sich drum, weil du kannst nicht alles wissen. Es gibt so Spezialanforderungen, wo ich selber sage, ey, sorry, muss ich prüfen. Ich hatte einen Fall, da ging es um Porsche. Porsche wollte neue Lackierkabinen haben und dort fällt ja dann quasi Lackstaub. Der wird ja dann irgendwann, wirbelt er sich wieder ab und dann fällt es in so eine, an den Seiten hast du wie so eine Rinn, wo dann auch Wasser und mit diesem Lack zusammen reinkommt. Dieses Wasser ist ja dann kontaminiert mit Lack und da sind ja Schadstoffe drin. Wenn du jetzt natürlich dieses Wasser abpumpst, würde dieser Lack interne Bauteile, die damit berührt werden, wie zum Beispiel Gleitringdichtungen und Co. beschädigen. Deswegen muss ich mich dann quasi drum kümmern, muss die Pumpe zum Beispiel eine spezielle Beschichtung, Keramikbeschichtung bekommen, Teflonbeschichtung bekommen. Brauchen wir andere Dichtungen, die vielleicht stärker sind vom Material, die nicht prüß werden können bei Berührung mit silikonhaltigem Wasser und Co. Und dann muss ich halt so eine Sachen, muss ich dann auf die lange Bank schieben und sagen, alles klar, ey, ich muss in der technischen Abteilung abfragen, weil das halt ein Sonderfall ist. Das ist halt kein Produkt von einer Stange, das ich einfach bestelle mit Artikelnummer, sondern das wird für den Anwendungsfall gebaut oder vorbereitet. So eine Sachen zum Beispiel. Aber absolut, Networking, für mich wirklich so 90 Prozent deines Erfolges läuft über Networking. Ich finde das immer total krass, weil ich habe mir gerade nach diesem Event da am Wochenende Gedanken darüber gemacht, weil ich war schon relativ viel, also ich interessiere mich ja ein bisschen mehr für Fußball, primär eigentlich für Fußball. Und ich war bei Union oft schon in der Loge, ich war beim DFB-Pokalfinale war ich mal in der Loge eingeladen im VIP, das war das Krasste überhaupt. Ein Ticket war irgendwie 1000 Euro oder sowas, war völlig, völlig bescheuert. Aber allein darüber, dass du Leute kennst und Leute deinen Namen schon kennen und dich mit was assoziieren können, ist ein extremer Vorteil, merke ich immer wieder, wenn du eine gewisse Präsenz hast und dann vielleicht auch in dem, was du machst, eine gewisse Konstanz hast. Also gerade bei mir mit dem Personal Training, die ersten zehn Jahre waren wirklich richtig pain, irgendwie reinzukommen in diese Welt und jetzt aber mit dem Studio und damit, dass ich, nur damit, dass ich noch existiere und dieses Studio habe, ist es wie so eine Institution eigentlich. Also, dass ich halt so einen Ort habe, wo man hinkommen kann und man weiß, wo ich bin und wer ich bin, einfach weil ich sowas nicht nur im Internet, also nicht nur so online mäßig, sondern die wissen ganz genau, okay, das ist ein Gym und es hat so einen gewissen Status. Also ich habe das Gefühl, so ein Gym ist so ein Statussymbol, was es viel einfacher macht, dass Leute sagen, okay, ja Fritz, das ist der Coach für Kraft und Beweglichkeit, da gehe ich jetzt mal hin, weil ich habe Rücken, dies, das, jenes. Und dieses Networken, da, wenn du so ein gewissen, das ist so ein bisschen wie, was für eine Uhr du trägst, habe ich das Gefühl, eigentlich ist es eine unfassbare Oberflächlichkeit, aber es sagt halt, wenn du in so einem Kreis bist, da hat jeder eine Armbanduhr um. Ganz viele waren so, die hatten so Apple, die hatten so das Apple Watch oder so dran, aber es war so 50-50, entweder Apple Watch oder halt eine richtige Armbanduhr. So und das sind immer so lustige, oberflächliche Erkennungszeichen irgendwie von dieser Business-Welt, die sich irgendwie immer noch halten und genauso, dass so Networking-Events stattfinden, weil man könnte ja auch sagen, ja sowas braucht man ja eigentlich gar nicht mehr in unserer Welt, wo du eigentlich alles per Zoom-Call oder per Mail schnell regeln kannst und es nur ums Geld geht. Aber offensichtlich geht es ja nicht nur um Geld, sondern immer noch darum so, was für Leute da sind. Absolut. Und du wirst auch merken, was ganz krass ist, es gibt diesen Spruch, fake it till you make it und das funktioniert so krass und es ist wirklich so heftig. Ich habe so oft gesehen, wie Leute einfach tun, als wenn sie irgendwo dazugehören würden, obwohl sie es gar nicht tun und werden dann dadurch akzeptiert in diesen Kreisen und kommen viel, viel schneller dorthin, wo sie hinwollen. Wenn, sagen wir mal, du umgibst dich als ganz normaler Arbeiter die ganze Zeit mit Millionären, dann wird es nach außen hin den Einschein erwecken, dass du auch einer von denen bist, weil warum sollten die denn mit dir quasi am Tisch sitzen? Und das Krasse ist, du wirst automatisch irgendwie, wenn du den Fuß da reinbekommst, in diesen Kreisen dann akzeptiert. Das heißt, es muss ja nicht mehr der Kreis sein, in dem du dort sitzt, sondern andere haben dich schon mal mit anderen Leuten gesehen und kommen dann eher mit dir ins Gespräch oder starten eher irgendwie ein Business mit dir, weil die wissen, der war ja letztes Mal schon im Borchert mit dem und dem oder, hey, das war doch der aus der VIP-Lounge, weißt du noch, das war da vom DFB-Pokal. Alleine nur, weil du dich dort zu sehen, also blicken lässt oder zu sehen bist, hast du ein ganz anderes Standing bei Leuten, die wahrscheinlich auch sich dort blicken lassen, als wenn du das einfach, ja, ich mache mein Ding und fertig. Und das ist genau das Gleiche bei allem anderen auch. Also wirklich, Leute wollen, keine Ahnung, in den AMG fahren, dann mieten die sich halt den AMG gefühlt für zwei, drei Monate, erwecken den, ne? Tage. Oder Tage, aber erwecken dann quasi den Schein, dass sie irgendwie was erreicht haben und Co. Und erreichen es dann eher, weil sie irgendwie diesen Zwang haben oder diesen Willen haben, auch da reinzukommen. Ich glaube, das ist auch, wenn du halt in diesen Kreisen bist, du schwimmst halt so ein bisschen mit, mit dieser Masse einfach auch, ne? Gut, ich hoffe mal gucken, wer jetzt so den Podcast hört, hi, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch so mit LinkedIn, also ich sage jetzt mal, ich habe bei LinkedIn jetzt einfach 20 neue Kontakte, die in einer anderen, also das ist einfach so, du bist ja auf einem gewissen Level und das ist ja mit dem Podcast und dem, was wir machen, ist ja unter den Fitnessleuten genauso. Also wir hängen ja auch eigentlich nur so untereinander rum und weil man einfach dann so ähnliche Gesprächsthemen und ähnliche Erfahrungen hat, weil wir alle schon relativ ähnlich lange dabei sind. So es gibt ja, klar, es kommen so ein paar jüngere Leute nach, aber auf der einen Seite geht es darum, wie lange wir das schon machen, auf der anderen Seite halt, welche Sachen man jetzt gerade zusammen macht. Und da hast du immer diese Gruppen, die die ganze Zeit bestehen. Und das ist ein Business, habe ich das Gefühl, also auf unternehmerischer Ebene, in den verschiedenen Bereichen genauso. Im Bau beispielsweise arbeiten ja auch immer alle mit den gleichen zusammen, weil sie sich darauf verlassen können. Und ich finde das immer wieder krass, weil ganz viele sind ja so auf diesem, ich sage mal, auf diesem Digitalisierungsunabhängigkeitstrip und dann die ganzen riesen Unternehmen, die deutschen konservativen Unternehmen, die sind immer noch bei diesen klassischen Networking-Geschichten, die sind immer noch auf Messen, so zum Beispiel dieses FIBO-Ding, also die FIBO hat sich ja so krass verändert und trotzdem ist es so, dass gerade dieser Business-Teil der FIBO, glaube ich, und der Software-Teil, also der Teil, also nicht Halle 10, sondern alle anderen Hallen, sich, glaube ich, immer weiterentwickelt hat, während so die Pumper-Halle beispielsweise sich viel weniger entwickelt hat. Ein Teil ist zum Beispiel so die Halle, wo die ganzen Equipment-Hersteller ausstellen. So, das hat sich übertrieben krank entwickelt, so wie viele verschiedene Hersteller es gibt. Ich habe letztens angesprochen, weil ich bei Jimleco letztens geguckt hatte und wenn du mal wirklich diese ganzen Geräte probieren kannst, ich glaube schon, dass sich das krass entwickelt hat. Und dann gibt es nur noch die China-Anbieter, die da, keine Ahnung, wie die sich überlegen, was sie da machen. Nee, aber auch mal kurz zurückzukommen auf die Geschichte, die du angesprochen hast mit den Uhren, das ist auch eine richtig lustige Sache. Mir ist es auch aufgefallen, entweder haben die Leute eine teure Armbanduhr in diesen Kreisen, also Rolex, Patek, Audemar-Piquet, Breitling mittlerweile ist so ein bisschen... Breitling ist ja nicht teuer, weil Breitling kannst du immer kaufen. Ja, aber Breitling ist halt auch so ein bisschen aus Letzter... Also wirklich das, was wir gerade gesagt haben, Audemar-Piquet, Patek, Rolex sind so Sachen, wo ich merke, die sind und kommen. Kati, auch noch ein bisschen. Und Apple Watch ist aber so ein Gegenpol. Die kann jeder tragen, auch wenn du rich bist, trägst du eine Apple Watch, ist so, ja okay, hat eine Apple Watch so, weil die ist funktional und die ist einfach so Understatement, aber die ist so passend. Was hast du? Apple Watch. Weil einfach alleine... Ich bin zeitlos. Weil alleine auch wegen... Ich finde die Funktion einfach geiler. Ich finde einfach so, ich will mal im Gym auf den Knopfdruck machen und nächstes Lied oder mal, keine Ahnung, meine Steps kontrollieren. Wie viele habe ich heute schon gemacht? Im Gym wichtig. Na, im Gym nicht, aber einfach so im Laufe des Tages einfach zu sagen, ah okay, wie war's, habe ich dir schon einige, hast du die 10K drin oder nicht? Was aber nicht daran liegt, dass ich mir nicht mal eine Rolex holen könnte. Hast du eine Armbanduhr? Ich habe keine teure Armbanduhren, nein. Ich habe Armbanduhren, aber nur so Modeuhren, einfach so 300, 400 Euro Uhren. Aber das ist nichts Besonderes. Das ist nämlich so eine Geschichte, ich frage mich immer, warum kauft man sich eine Armbanduhr? Inwiefern? Na, warum kauft man sich eine Armbanduhr? Also ich habe sie damals gekauft, weil ich das schön fand, so passend zum Hemd. Du hattest ja eine Phase, wo du sehr viel mehr Fashion noch warst, als jetzt aktuell, würde ich sagen. Ja, aber auch einfach so, weil arbeitstechnisch fand ich es auch immer cool, wenn du, keine Ahnung, ein blaues Hemd dann hattest, einfach eine schöne silberne Uhr mit blauem Ziffernblatt oder mal ein grünes Ziffernblatt oder mal eine goldene Uhr, weil einfach passend zum Style, zum Outfit oder zum Anzug, habe ich dann ab und zu mir mal eine Armbanduhr gegönnt. Aber mittlerweile bin ich so, ey, mir ist es einfach scheißegal. Und dieses Gym, dieses Homeoffice und Co-Ding hat mich auch dazu getrieben, dass ich mich gar nicht mehr so mit diesem Fashion, ich trage einfach, worauf ich Bock habe, ich schwimme gar nicht mehr so krass mit der Zeit und so, keine Ahnung, jetzt sind Alpha-Jacken wieder in, ich muss mir eine Alpha-Jacke kaufen. Hast du gesehen, dass Goldstream die Alpha Industries-Kolab gemacht hat? Richtig geil. Also finde ich, es war ein wirklich guter Move. Ja, die wollten mich damals so haben für die Kollektion, also wegen Co-Op, aber hat nicht gepasst. Konditionen waren nicht so prickelt. Ja, Goldstream. Ich glaube, das war damals sogar so, dass die mir die Klamotten zur Verfügung gestellt hätten, was ja schon das Mindeste ist, wenn du dafür Werbung machst. Und ich sollte einen Code bekommen für AppleRail. Und da sollte ich mit 6% oder 8%, ich glaube, 8% beteiligt werden am Umsatz. Wow. Danke. Ja, wenn wir jetzt so ein Gespräch führen wollen, unter 10%, das kannst du eigentlich lassen. Ist eine Frage von dem, was es für ein Deal ist, wenn du jetzt ein Deal kriegst, dass du nur als Ambassador-Doc quasi als Aushängeschild vorbezahlt wirst und die sagen, ey, wir zahlen das und du kriegst aber keinen Kickback, dann weiß ich immer nicht, finde ich immer nicht so gut, weil man dann einfach so nicht so eine gute Argumentationsebene bekommt, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es gut läuft. Aber insgesamt... Also ich finde, wenn du eine, wie soll ich sagen, eine einmalige Aktion hast mit denen, dass sie sagen, ey, wir wollen einen coolen Trailer drehen für die Jacke und hier und da machen wir ein, zwei Storys dazu, kann man das schon als Paket verkaufen und Einmalzahlung machen und einfach dann auf die Beteiligung shitten. Wäre mir tatsächlich auch lieber, weil ich sage, ich kann dann kalkulieren, ich sage, alles klar, ich verschwende drei, vier Stunden am Set, habe dann meine zwei Storys, ist für mich abgeschlossen mit Paket, acht Stunden Arbeitszeit, die ich dafür benötige, packe ich euch in Rechnung mit einem, keine Ahnung, 800 Euro fertig. So, zahlt oder dann ist es... Dann bezahlen die das und dann ist gut. Und dann ist mir egal, ob die von mir aus 1000 Euro plus machen an mir oder nicht, weil die 100 Euro, die ich danach nochmal bekommen würde mit 10%, wenn sie aber gar keinen Umsatz machen, auch mir egal, weil ich habe meine acht Stunden bezahlt bekommen und fertig. So, weil die habe ich ja investiert. So, und in jedem normalen Social-Media-Vertrag steht drinnen der Influencer, sowohl das Unternehmen sind nicht an dem Erfolg der Werbekampagnen beteiligt. So, also das heißt, du bist nicht verantwortlich als Influencer, wenn du ein Produkt XY bewirbst, dass du mindestens 100 Verkäufe machst. Genauso kann das Unternehmen nicht danach haftbar machen, dass du sagst, ja, ich habe aber jetzt nicht 5000 Euro Umsatz gemacht, ich will jetzt trotzdem von euch 500 Euro haben. So, geht nicht. Auf beiden Seiten nicht. Fertig. So Influencer sein ist schon auch so ein bisschen Prostitution, fällt mir immer wieder auf. Also deshalb tue ich mich damit sehr schwer. Ja, deswegen habe ich mir auch nur Kooperationspartner ausgesucht, wo ich so viel Freiraum habe, dass ich nichts muss. Einfach nur das mache, worauf ich Bock habe. Wo mir keiner sagt, du hast übrigens Produkt XY nicht beworben und bitte pack jetzt mal nochmal drei Storys da zusammen. Weil es gibt einfach Produkte, hinter denen ich nicht stehen kann. Fertig. Punkt. Und die werde ich auch für kein Geld der Welt bewerben, ja. Ist einfach so. Sorry. Auch aus der Supplement-Industrie, auch von meinem jetzigen Sponsor, würde ich ein paar Produkte nicht bewerben. Weil ich einfach der Meinung bin, das ist eine Frechheit, ja. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Zimt. Wir haben gerade ein Zimtprodukt rausgebracht und dieser Zimt hat 600, nee, 500, nee, Quatsch, nicht mal 500, 65 Gramm, ja. So ein kleiner Zimtstreuer quasi. Und das ist Bio-Jalon-Zimt, bla bla bla, so. Okay, ich sage nicht, dass er qualitativ nicht hochwertig ist. Er ist hochwertig, aber bei uns kostet der Kilo, auf diesen Preis gerechnet, weil dieser Steuer kostet 9 Euro. Wenn du das hochrechnest, zahlst du irgendwie 148 Euro oder 180 Euro für ein Kilo, ja. Wenn du das Gleiche bei Amazon suchst, über Bio und bla und hier, bist du bei 20 Euro. So, da sage ich. Pro Kilo. Pro Kilo. Also verstehst du die Relation so? Du reitest dich gerade rein. Ich reite mich nicht rein. Ich will einfach nur den Leuten sagen, dass sie einfach ein bisschen die Augen offen halten sollen und vielleicht einfach mal, ich kommuniziere es auch ganz offen, wenn mich Leute anschreiben, dann sage ich denen das einfach, ja. Ihr müsst nicht, ihr werdet ja nicht gezwungen dazu, das zu kaufen. So, fertig. Das Produkt wurde angeblich, also ich hatte nämlich nachgefragt, weil ich diese Argumentation auch gepostet habe und gesagt habe, wo haben wir denn die, was für einen Unterschied macht denn unser Zimt zu den anderen Zimtmöglichkeiten? Dann habe ich die Antwort bekommen von einem sehr bekannten deutschen Bodybuilder, der sehr im Hype ist, dass das ja quasi ein Produkt ist, um, pass auf, um Teil der Community der Arnold Classics zu sein und man ihn ja damit supportet und wem es zu teuer ist, der soll es doch nicht kaufen. Pass auf, jetzt kommt der Hammer. Bis dato, alles cool, verstehe ich noch, ja. Ja, dass ich sage, alles klar, ist das ein Signature-Produkt, Leute wollen sich supporten, so. Manche kaufen auch von Christian Bamster T-Shirts, die wahrscheinlich 30 Euro zu teuer sind, in der Produktion wahrscheinlich in Fünferkosten, aber die wollen sich supporten, alles cool, verstehe ich. Aber jetzt kommt, jetzt kam der geilste Vergleich. Andere Firmen, wie zum Beispiel Supreme, verkaufen einen Backstein, also einen Ziegelstein, wo Supreme draufsteht für einen Fuffi und die Leute kaufen das auch. Weil sie die Firma supporten oder geil finden. Wo ich sage, ja, verstehe ich, aber dieser Ziegelstein ist etwas, was du halt behältst. Ist kein Verbrauchsgegenstand, ist kein Lebensmittel. Dieser Backstein steigt vielleicht sogar im Wert, weil das eine limitierte Edition war, heißt irgendwie, davon gab es 1000 Stück und wahrscheinlich wird es in 5 Jahren wird der Scheißstein 250 oder 300 Euro wert sein, weil der nicht mehr verfügbar sein wird. dieser Zimt ist so, ist ein Verbrauchsgegenstand. Ticker, Leute kaufen das, machen sich über ihr Porridge und schmeißen danach die Scheiße in den Müll, als ob dann einer sagt, oh, ich behalte die Verpackung, weil ich bin Teil der Community und ich unterstütze die Arnold Classics und mein Team. Bullshit, Alter, Leute, seid nicht so dumm. Kauft einfach euer Zimt woanders, auch wenn ihr meinen Code benutzen könnt, auf diese 80 Cent scheiß ich mit Liebe, weil ich euch immer die Wahrheit sage. Ich hatte heute das Gleiche, mich hat jemand gefragt, wegen den Klamotten, die ich trage, ob sich der Preis für die Jogginghose beispielsweise lohnt und da habe ich ihm auch zurückgeschrieben, also ganz ehrlich, die ist sehr dick, also ich finde es gut beispielsweise, aber ich trage die ja zum Training und dadurch, dass ich die zum Training trage, die Abnutzung siehst du ja, durch die Hante ist extrem, habe ich mir geschrieben, also entweder nutzt sie sie nur fürs Training oder nur für die Freizeit und für den Preis. Weil wenn du es für beides machst, dann siehst du so aus und läufst in deiner Freizeit mit einer abgenutzten Hose. Genau, also die Frage, was du willst, also mir ist ja wurscht, wissen wir, aber da habe ich gesagt, ich würde es nicht empfehlen, ich empfehle die kurzen Hosen, die trage ich ja den ganzen Sommer, diese Quadshows, die sind mega geil und aber die lange Hose, also ich trage die gerne, ich habe die zum Training, ich habe zwei Stück davon, ja schickt mir vielleicht noch mal ein paar, dann trage ich die auch öfter. Ja nicht so gut, manchmal fehlt da ein bisschen. Kommunikation. Da fehlt sehr, mit der Konstellation fehlt sehr viel Kommunikation. Das ist nämlich so ein Ding, wenn so Firmen so eine externe Agentur holen, Ich hasse das. um ihr Influencer-Marketing zu machen, das ist gerade für Influencer, die schon lange da sind und im Ranking und in der Repräsentation relativ weit oben sind, das ist nicht so schlau. Also da verlebt man sehr oft dann auch ein bisschen. Ich habe das auch gesehen. Also immer, wenn eine externe Agentur dazwischen geschaltet wird, geht das flöten. So ein bisschen, also das war mit mit denen hier, war das vorher sehr viel schöner. Aber ich werde mal nach Frankfurt fliegen und dann können wir mal drüber reden. aber da hatte ich das gleiche, als ich gesagt habe, ja, ich würde es eigentlich nicht empfehlen. Kauf lieber die kurzen Hosen bei langen Hosen. Ja, und guck mal, im Endeffekt. Es gibt Leute, die es besser machen. Guck mal, ich würde jetzt Leute ihr Geld verschwenden, weil ich das gesagt habe. Genau, das meine ich nämlich. Weil wenn du das machst, dann hast du diese Person einmal zum Kauf getätigt, genötigt, wie auch immer man das sagt und danach wird sie so unzufrieden sein, dass sie sagt, oh, Fritz der Wichser. Ja, die ist dann halt nicht happy und mein Name steht halt. Genau. Und danach wird dein Umsatz nie wieder durch sie generiert, weil sie sagt so, da kaufe ich nicht mehr und den supporte ich auch nicht mehr, weil der ist mir unsympathisch, der hat mich voll angelogen. Genau. Lieber sagst du ihr, ey, lass es, aber dann weiß sie im Kopf, ey, der ist wenigstens ehrlich, ich kaufe aber jetzt, keine Ahnung, Supplemente mit seinem Code oder was auch immer. Das vergessen halt viele Influencer immer, dass sie mit ihrem Namen eigentlich hinter allem stehen und am Ende ist es egal, wo ihr seid, wenn die Leute supporten euch oder wollen euch supporten und ja, wenn ihr die halt fickt, dann macht es halt nicht. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch im Protein, also im Protein-Business, ich meine, es gibt in Deutschland eigentlich nur zwei, wo eigentlich alle einkaufen, so, das ist ESN, wo du bist und das ist MyProtein, die einfach über, die einfach schon lange da sind. Es gibt schon noch ein paar, wo ich sage, da kaufen bestimmt auch Leute auch ordentlich ein. Bigzone ist bestimmt auch noch gut vertreten. Ach, ein Bodybuilding, das habe ich immer gar nicht auf dem Show um Neosubs. Neosubs nicht so, glaube ich, also vom Ranking her. Also, auf jeden Fall Bigzone ist sehr, sehr stark in der Fitnessszene noch unterwegs, würde ich behaupten. Sec Plus kann ich nicht einschätzen, aber war auch sehr, sehr stark vertreten eine Zeit lang. Ja, ESN sowieso mit Abstand und MyProtein ist natürlich auch sehr, sehr weit vorne. Also, das sind so. Habe ich gut unterschrieben. Ja. Okay. Ab wann geht es denn los? Heute. Ab ersten, dritten? Ja. Okay. MyProtein, Code Fritz. ESN-Code Flexen. Können ja eine Symbiose machen, so manche Produkte kaufen sie bei dir, manche bei mir. Gibt es bestimmt auch tatsächlich einfach einen Grund für, tatsächlich, bei, dass man bei, bei dem einen das eine kauft, bei dem anderen das andere. Ich glaube, das macht, das macht hundert Brummen. Ist mir auch, ist auch vollkommen legitim. Ich habe einfach schon, ich habe das erstmal bei MyProtein bestellt, da war ich 16. Einfach zwölf Jahre her. Und deshalb habe ich mich jetzt auch dafür entschieden, weil es einfach, ESN gibt es ja auch schon ewig, ne? Das vergessen die Leute, weil der Hype kam erst, finde ich, so die letzten, drei Jahre? Ja, fünf, vor fünf Jahren ging es, glaube ich, so ein bisschen los. Und jetzt langsam, aber da, wo die so ihr Design umgestellt haben und so diese, diese pinken Verpackungen und Co. Kam langsam der Hype und dann auf einmal, wo die ganzen Influencer bei ESN gesigned haben, bam, war auf einmal ESN richtig da. Aber die gibt es schon ewig. Die gab es ja schon zu Team Andro Zeiten, war ja schon ESN quasi deren Haupt-Supplement, weil die hatten ja schon einen Online-Shop da drinne. Und ich erinnere mich immer noch an diese weißen Tüten mit blauer ESN-Schrift drauf. Davon gab es alles. Davon gab es Protein und Co. und dann haben die ja irgendwann umgestellt und... Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst... Oder? Ja. Ich glaube, durch Moor kam der Hype so ein bisschen. Ja, kann sein. Als die gemerged sind, ne? Ja, Moor, keine Ahnung, habe ich gar keine Ahnung von. Moor hat gute Produkte, hat aber natürlich als Zielgruppe eine ganz, ganz andere Zielgruppe genommen. Frauen tatsächlich waren die Zielgruppe bei Moor. und da sollte es tatsächlich eher darum gehen, wie ergänzt man seine, sein Leben mit den Produkten von Moor, um zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr zu konsumieren. Wie kann man ein healthy Frühstück bauen? Gerade so, sowas wie Pizza, Teig, der wenig Kalorien hat, um... Die wollten quasi den Leuten ein normales Leben, also ein normales Leben mit so Sachen wie Pizza, Pasta, irgendwelchen anderen Produkten anbieten, ohne Verzicht darauf, aber mit einer Gewichtsreduktion. Ich glaube, Moor hatte auch einen ganz, ganz krassen Hype mit diesem Chunky-Flavor. Da war ja ganz, ganz viel mit diesem Magerquark mit Chunky-Flavor, also hier so Flavin' Taste hier und hat er dann erst später auch adaptiert. Aber damit ging es halt los. Und mit diesen Flavorpulvern und allem, Backzutaten hier und dann haben ja die Mädels alle angefangen mit hier Protein, Cheesecake und da und bla und mein Porridge und ich mache keine, kein Milch mehr rein, weil ich kann mich da mit meinem Eiweiß reinmachen. Damit ging es so los. Aber ich erinnere mich noch eins zu eins an diese Tüten von ESN. Benutzt du so diese, diese Flav, Flav, ich kenne noch die Flav Drops. Ja, Flav Drops hatten die auch, ja. Sowas. Ja, ich benutze keine Flav Drops, sondern Flavin' Taste, die benutze ich ab und zu. Finde ich ganz geil, so wenn du Magerquark isst, einfach ein bisschen Geschmack mit reinmachen und dann, keine Ahnung, Beeren und ein paar Nüsse oder sowas mit reinschmeißen. Weißt du noch, als wir das früher einfach so gegessen haben? Das war reutig. Weil wir dachten, das wäre absolut notwendig, dafür, dass wir irgendwie Muskeln aufbauen können? Ja. Also ich fand es aber auch tatsächlich, vom Volumen her ist es schon geil, wenn du abends so eine 500 Gramm Packung Magerquark, ich konnte Magerquark zum Beispiel nie out the box essen. So wie er ist, ist mir zu trocken, pappt mein Maul zu, geht gar nicht. Ich habe immer Magerquark in eine Schüssel gemacht, Wasser reingemacht, umgerührt, bis er so cremig wurde wie so ein Skier und dann habe ich halt immer noch ein bisschen Whey oder so mit reingehauen, aber würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also ab und zu mache ich es mir, weil es echt geil ist mit Flavin' Taste, die schmeckt halt wie so ein Fruchtzwerg oder was auch immer und dann mit ein paar Himbeeren oder Erdbeeren jetzt gerade fängt ja langsam die Saison an, wo man die aber relativ günstig bekommt. Kann man das schon machen, ein paar Cashewnüsse mit rein und dann die Beeren und alles. Das ist eine ganz coole Quelle so als Snack. Ist richtig krass, jetzt geht ja so langsam wieder hier Berlin Social Life los und so, wie wenig Protein Menschen einfach zu sich nehmen. Ja. Völlig absurd. Also ich bin jetzt inzwischen nach all den Jahren an dem Punkt, an dem ich wirklich das Gefühl habe, das allererste, was Leute irgendwie mal sich angucken sollten, wie viel sie davon am Tag essen, ist Protein. Wie viel Protein nehmen sie zu sich? Ja, aber das Problem ist doch, frag mal jemanden, geh mal random auf die Straße und frag mal jemanden, nimm dir mal, weiß ich, zehn Lebensmittel raus, so eine gängigen Lebensmittel und frag die mal, wie viel Protein. Was ist ein gängiges Lebensmittel? Hähnchen. Okay. Hähnchenbrust. Essen viele Leute, ja. Oder, keine Ahnung, Magerquark oder einen Joghurt oder, keine Ahnung, nimm irgendwas, keine Ahnung, Apfel. Frag jemanden, lass das mal gar nicht auf die Makronährstoffe runtergehen, sondern frag mal jemanden, wie viele Kalorien hat ein Apfel. Frag mal jemanden, wie viel Eiweiß hat ein Magerquark. Meinst du, die wissen überhaupt einen Ansatz von, möchtest du mich erinnern? Oder die haben, das Schlimmere ist? Aber genau deshalb sage ich ja, dass sie anfangen sollten, sich das mal anzuschauen. Also, weil sie einfach, wenn sie nur darauf gucken, einfach schon eine Riesenveränderung für ihr Leben. Du musst ja irgendeinen Einstieg haben. Hast du eigentlich mit deinen Kunden viel mit Ernährungsplänen zu tun? Ja, schon. Wie oft hast du das, dass du, also ich habe ja sehr, sehr viel damit zu tun, weil bei meinem Online-Coaching habe ich ja immer einen Ernährungsplan in Kombination mit einem Trainingsplan. wie oft habe ich Leute, wo du sagst, ey, erzähl mir mal, was isst du denn so am Tag? Und ich breche das dann einfach so Pi mal Daumen runter. Also jetzt nicht exakt auf das Gramm genau, aber ich weiß dann so, waren jetzt 120 Gramm Eiweiß, die er gegessen hat, waren vielleicht 300 Gramm Kohlenhydrate und 90 bis 100 Gramm Fett oder sowas, ja. Und dann sage ich so, ey, guck mal, in der letzten Mahlzeit hast du fast 50 Gramm Fett und dann kommt so, sind 50 Gramm Fett viel? Wo ich mir denke so, in einer Mahlzeit ist das schon viel, weil das ist so, bei normalen Menschen teilweise schon fast der Tagesbedarf, bei einer relativ, also bei Frauen in einer Diät kannst du mit 50 bis 60 Gramm Fett vollkommen ausreichend fahren. Als Mann sind es auf jeden Fall auch schon fast zwei Dritte. Was? Na, vom täglichen Fett. Ja, mindestens. Also wenn du in Hens bist, brauchst du nicht mal mehr als 40 Gramm. Ja, das ist ja klar, aber wenn es jetzt auch geht, nur gesund zu sein, ein Gramm pro Kilo Körpergewicht. Genau, das wollte ich ganz sagen. So, da musst du nie runter, da brauchst du nie rüber. Immer wenn du rüber gehst, also immer wenn du da rüber gehst und du hast eine omnivore Ernährung, wo du sagst, okay, du versuchst viel über Kohlenhydrate an Energie zu ziehen, es gibt keinen Grund, außer dick zu werden, wenn man beim Fett über ein Gramm geht. Also das kann mir niemand begründen. Das hat auch nichts Regulatorisches. Wenn du bei einem Gramm bist, dann wirst du immer wieder in eine Normalregulation kommen. Die Leute fressen halt nur gerne mehr, weil es geil schmeckt in Kombination mit Kohlenhydraten und Salz. Aber es hat nichts mit, du bist nicht gesünder, wenn du mehr als, keine Ahnung, für mich jetzt, wenn ich mehr als 90 Gramm Fett esse, ich bin nicht gesünder. So, ich bin irgendwann ungesünder, wenn ich nur 70 Gramm zu mir nehme. So, aber das kann ich auch für einen relativ langen Zeitraum machen, ohne Probleme zu haben. Also das ist, ich finde auch, das ist so, man macht sich das, bei diesen Basics, die so eindeutig bewiesen sind, wird sich immer noch sehr viel drum herum geredet bei einer Sache, die eigentlich jedem klar ist. Die eigentlich interessantesten Stellschrauben sind Proteinen und selbst das ist eigentlich relativ einfach, weil zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht, wenn du da bist, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Wenn du enhanced bist als Athlet, dann können wir sicherlich drüber reden, dass man mehr zu sich nehmen kann. Selbst da machen wir es nicht. Brauchst du nicht. Und dann eigentlich dreht sich es, wenn man ehrlich ist, nur um die Kohlenhydrate. Also. Und nicht im negativen Sinne, sondern einfach auch im, also im realistischen Sinne. Die Kohlenhydrate machen einfach den großen Unterschied aus. Das ist die größte Stellschraube, die du machst. Also ich sage dir ehrlich, mein Ablauf bei meinen Kunden ist, ich schaue mir deren aktuelle Situation an. Fett bleibt gleich, Proteinzufuhr bleibt gleich, weil du nimmst ja die Proteinzufuhr immer an der mageren Ausgangslage. Also wenn derjenige 120 Kilo wiegt, aber ein KFA von 30 hat, gebe ich ihm nicht 240 Gramm Eiweiß, sondern sagt, naja, okay, du könntest 30 Kilo abnehmen. Rechnen wir einfach mal, um einfach zu rechnen, 100 Kilo Ausgangslage, kriegst du 200 Gramm Eiweiß von mir, kriegst du deine, beim Mann brauchen wir ja nicht mal ganz die 1 Gramm, sondern 0,8, das reichen auch schon bei Fett meistens aus, gibst du ihm halt 80 bis 100 Gramm, je nachdem wie es passt. Je nachdem wie der sportliche Leistungsantrag ist. Genau, genau. Wenn es jetzt um Leistungssport geht, Fußballer etc., würde ich immer einen Gramm nehmen, weil du einfach... Also wenn es zum Bodybuilding geht und wir gerade von einer Diät und so sprechen, dann versuche ich das tatsächlich erstmal ein bisschen tiefer zu halten. Wenn man schneller erstmal ein bisschen runtergullit und abnimmt als Mann. Genau, genau. Gegeben dem Fall, dass man vorher wirklich so viel Fett gegessen hat, weil ganz viele, es gibt auch Leute, wenn die eh schon immer so auf dieses Mager-Ding gehen und wenig Fett essen, ist es auch oft so, dass man erstmal ein bisschen auf normal gehen muss. Habe ich auch schon öfter gemacht, tatsächlich. Ja, und danach guckst du dir einfach an, was ergibt sich als Kalorie von den beiden Produkten. Sagst du, okay, alles klar, da habe ich 600 Gramm Kalorien in Form von Fett, da habe ich schon meine 1000 Kalorien an Eiweiß oder 800, packst du zusammen, bist du bei 1,5, 1,6 oder sowas, die du hast und dann sagst du, okay, ich will ihn aber 3000 essen, dann musst du dann nochmal 500 Gramm oder 400 Gramm Kohlenhydraten bekommen. Da kannst du die Kartoffeln mal rausholen, aber von der wirst du nicht satt werden. Nee, aber du weißt auch, ob ich raus will. Und dann guckst du dir halt Wochen für Woche an, nimmt er ab, nein, packst du halt von 400 Gramm Kohlenhydraten gehst du halt runter auf 350 oder auf 300. 300, da würde ich vielleicht nicht machen, weil 400 Kalorien sind schon ein großer Sprung, aber so 50 Gramm Kohlenhydrate, so 200 Kalorien-Sprünge würde ich schon machen wöchentlich, um zu gucken. Ich spreche es aber auch mit meinen Kunden ab, also ich sage dann immer so, ey, wollen wir erstmal kalorientechnisch runtergehen, willst deine Aktivität erhöhen, weil das ja auch eine Sache ist, die du im Alltag umsetzen musst. Viele sagen, ey, jobtechnisch, ich bin eh schon so am Limit mit Cardio, Sport und Schritte sammeln, dass ich dann lieber weniger esse. Manche sagen, du, ich habe eh Homeoffice oder bin selbstständig, ich kann mir das einteilen, lass mich halt lieber eine halbe Stunde länger Fahrrad fahren am Morgen. Alles klar, dann mach halt eine Stunde Cardio, friss die gleiche Anzahl. Wenn dann nichts passiert, dann sage ich immer noch, alles klar, dann bleibt die Stunde bei, aber dann droppen wir halt erst. Da sage ich es relativ einfach. Und das ist so, das ist aber das Problem, dass viele Leute einfach diesen Grundgedanken nicht verstanden haben und kein Gefühl dafür haben, was Kalorien bedeuten. Letztens erst mit meinen Jungs, mit denen ich zocke jeden Tag. Wie viele Kalorien darf ich am Tag zu mir nehmen? Pauschale Frage von einem. Ich meinte so, naja, muss man halt gucken, wie dein Grundumsatz ist plus deine Aktivität, pipapo. Aber ich würde einfach so aus dem Raum rausschießen, so 3000 kannst du locker essen, ohne dass du jetzt großartig fett wirst, weil du deine 16.000, 17.000 Schritte am Tag machst, Baustellentätigkeiten, Zementsäcke hoch, runter tragen und Co. Also das zerrt schon ein bisschen in den Kräften. Weißt du ja selber. Und dann sagt, wahrscheinlich kann er mehr essen. Wahrscheinlich ja, aber ich meinte so, ey, mit drei bist du safe, dass du nicht abnimmst, nicht zunimmst wahrscheinlich oder in der Range bleibst du. Okay. Und dann hieß es, ja, keine Ahnung, wie ich bis heute gegessen habe. Und dann so, okay, ich meinte, hier, Fitnesspaul, kannst du sieben Tage kostenlos nutzen, track mal dein Essen. Gib mal genau ein, was du gegessen hast. Und dann sagt er so, ich habe heute schon 2000 Kalorien gefrühstückt. Ich sage, okay, hey, was hast du denn gefrühstückt? Und dann sind es irgendwie so vier Weizenbrötchen und Co. Aber das ist ja schon notwendig als Bauarbeiterfrühstück, wenn du dann schuften gehst. Ja, safe. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor, und das ist, ich meine, das ist total unsexy. Und deshalb macht es einfach keiner. Aber in welcher Regelmäßigkeit und Konstanz du dich ernährst, ist so wichtig. Mealtiming ist A und O. Auch generell, dass du irgendwie eine Nachvollziehbarkeit hast, in dem, dass du dich relativ gleich ernährst, einfach auch von den Bestandteilen und wann du was isst. Das ist klar, Mealtiming, aber einfach auch, damit dein Körper irgendwie eine gewisse Zuverlässigkeit dafür hat, wann was eigentlich reinkommt. Ja. Ist vollkommen legitim, wenn du jetzt in vielen Berufen morgens 2000 Kalorien zu dir nimmst, weil wenn du auf der Baustelle bist, also wann immer wir irgendwas gebaut haben und ich auch auf der Baustelle gearbeitet habe, es war immer frühstücken, so lang wie möglich schuften, weil sobald du dann irgendwie Mittagspause und gegessen hast, dann ist eigentlich, dann kannst du die, also dann geht es eigentlich bergab. Ja. Ist immer so gewesen. Bei mir auch. Also war bei mir zumindest immer so, sobald ich dann was esse, kannst du eigentlich vergessen. Eigentlich war wirklich so sieben Uhr beim Bäcker irgendwie Sachen gekauft, kurz gefrühstückt, sieben Uhr dreißig Baustelle ging los, bis zwölf, zwölf Uhr dreißig Vollgas gegeben, also die ekligen Sachen gemacht, Tupperdosen runter, Tupperdosen, hier diese Tupper runter tragen mit Schutt und allem dumm und dran, Sachen abreißen oder irgendwelche Bögen abreißen. Alles, was schwer körperlich war. Alles, was scheiße wirklich war, gemacht, dann irgendwo zum Italiener Pasta gekauft oder irgendwas oder einen Döner, dann hast du den reingehauen, dann hattest du das übelste Insulinkoma, warst du gefühlt erstmal tot, du wolltest erstmal pennen, dann bist du irgendwie nach einer halben Stunde klar gekommen und dann warst du so voll irgendwie, dass du gar keinen Bock mehr hattest, dich zu bücken oder so schwere Arbeiten zu machen, dann warst du träge, dann war dann so Gott sei Dank irgendwelche Arbeiten so, ja komm, wir verlegen den Laminatboden oder sowas und dann bist du halt in eine andere Wohnung gegangen, die schon entkernt war, hast du irgendwas gemacht, keine Ahnung, grundiert oder irgendwelche Fliesen abgeklopft oder sowas mit Hammer und Meißel, dann war okay, aber genau wie du sagst, oder irgendwelche Flexarbeiten, Balkone, Abflexen oder Rohr, so eine, diese Geländer. Irgend so Kleinarbeiten, bei mir war, als ich auf dem Dach gearbeitet habe, erste Morgens erstmal Ziegel schleppen, Leiter hoch, rüsten, also einrüsten oder so, alles was nervig ist und dann nach dem Essen war eigentlich vorbei. Konntest du total vergessen, dagegen letztendlich nichts mehr. Safe. Ist auch krass, weil du, das ist genauso mit dem Training, also wenn ich jetzt mehrere Einheiten am Tag trainiert habe, zwischendurch rieche ich Essen eigentlich unmöglich, weil du, ich komme dann nie wieder hoch, also wenn ich so voll grössig nicht gehe und ich habe auch nicht so einen schnellen Stoffwechsel oder so, dass es schnell weg ist. Also wenn ich anfange irgendwas mit Fett zu essen, dann kannst du mich vergessen. Bin eine Zeit lang auch mal Mittagsspaghetti, Bolognese essen gegangen, aber kann ich nicht machen, dann kann ich nicht, kann ich einfach auch nicht mehr, bin so ein Foodkoma, aber so für vier Stunden oder so. Ja, das ist auch das, was die Leute nicht immer unterschätzen, sehe ich so oft auch in Büros und Co, die Leute, die dann einfach Mittagspause richtig reinhauen und danach sagen so, oh, ich bin so müde und träge und bla, ja, weil ihr wahrscheinlich den typischen Fehler macht, ihr frühstückt voll spät oder gar nicht, haut euch am 12. dann das übelste Fettessen rein, also mit Fett, Kohlenhydraten und wirklich so ein Mix aus allem, Insulinspiegel schießt extrem weit hoch durch die Kohlenhydrozufuhr, das Fett verlangsamt den Abbau vom Insulin, das heißt, ihr habt extrem lange einen extrem hohen Insulinpiegel und dann seid ihr da und denkt euch so, boah, mir geht's über Scheiße. So, und das hält dann, wie du sagst, zwei, drei Stunden an, dann ist der Arbeitstag vorbei. Wow. Ja. Ist ja nicht, hat ja nicht ihr die Möglichkeit, nicht zu arbeiten am Tag. Naja, heißt das. Obwohl auch, es gibt ja Bürgergeld jetzt. Ja, das gibt's, aber ich meine, guck mal, im Endeffekt, was spricht denn dagegen, die Portion zu halbieren oder dritteln und die einfach alle anderthalb, zwei Stunden zu essen. So, da hat der Körper viel mehr von, deine Verdauung freut sich, weil du einfach nicht direkt mal 100 Gramm Nudeln auf einmal gefressen hast und nochmal 200 Gramm Bolognese-Soße mit Hackfleisch und dann nochmal irgendwie einen kleinen Salat dazu oder, keine Ahnung, ein halbes Kilo Brot, wie vom Italiener dieses Salzbrot oder wie heißt das? Salzteig, heißt der so? Dieses drei, ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe und dann gib ihm. Das backen die dann immer auf. Bei dem Italiener kriegst du aber so als Aperitif so ein Ding. Ja, und im Endeffekt, dann kein Wunder, dass du dann träge bist. Das ist dann ohne Ende Material zu verdauen, ne? Ja, Und das verstehe ich. Ich sag euch ehrlich, lieber, keine Ahnung, Frühstück zu Hause, entspannt, Porridge und Co. Macht euch dann ein Rice-Pudding, was auch immer, dann seid ihr gesättigt, habt vernünftige Eiweißquelle, habt eine vernünftige Kohlenhydratquelle, macht da so ein bisschen Erdnussbutter oder irgendwas mit rein, zack. Magst du Erdnussbutter? Ja. Du? Kein bisschen. Nein? Ich mag diese Konsistenz, weil es immer mehr wird im Mund, ganz schlimm. Okay, was ist mit anderen Mousse-Sorten, so Cashew-Nuss? Cashew-Mandel ist ein bisschen besser, aber Erdnuss, also ich hatte einmal, ich bin irgendwann bei MyProtein, denk dran, Kurt Fritz, hatte ich mir mal so einen Becher, so einen großen Becher damals, war so voll cool, so Erdnussbutter bestellt, so ein Kilo. Der wurden nie alle, nie, weil das war irgendwie so, ich dachte, wäre voll cool und dann war es so. Okay. Ja, es kommt immer drauf an, womit man es isst. Ich bin zum Beispiel so ein Fan davon, das einfach auf meinen Reispudding mit rüber zu machen, also ich mache meinen Reispudding mit meinem Whey-Himbeeren rein und dann kommt es so oben drüber, getoppt, easy. Was auch mega geil schmeckt, ist auf Toast, so mit Reispudding auf Toast? Ne, 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 Peanutbutter auf Toast. Okay, ja. Und dann quasi so ein bisschen Marmalade hat so 90% weniger Kalorien, hast du so Marmelade, die gefühlt gar keine Kohlengratte hat und gar nichts so, dann packst du es dann rüber, hast du so. Ich finde normale Marmelade top. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, das ist halt eine Sache, aber es gibt Leute, die mögen es, die mögen es nicht. Als ich das allererste Mal in meinem Leben Erdnussbutter gegessen habe, dachte ich, dass es so etwas ähnliches wie Nutella und dann war das so dieses voll trockene Mund und dann so, weißt du, das Brot klebt so am Gaumen und dann denkst du so, okay. Und dann gab es so eine Variante, ich glaube von Snickers oder so, hat auch mal eine, hat mal eine Zeit Erdnussbutter rausgebracht, die war ganz okay, weil da waren noch so diese Erdnussstücken drin, so richtige Erdnüsse, aber irgendwie, ja. Wie stehst du zu Nutella? ist lecker, aber ist jetzt nichts, was irgendwie sehr häuptlich in meiner Ernährung vorkommt. Okay. Du? Nutella ist das, also Nutella schmeckt so, wie sich Diabetes anfühlen muss, glaube ich. Ja, aber isst du es gerne? Ja. Ja, ne? Übertrieben gerne. Mit Butter oder ohne? Lieber mit, aber meistens esse ich es ohne. Okay. Weil, okay. Diabetes. Ja, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, Nutella mit oder ohne Butter? Ja. Das würde ich jetzt gerne wissen, als Kind, habe ich einen Heulkrampf bekommen, wenn jemand Butter und dann Nutella drauf gemacht hat, ging gar nicht. Ja, ich schwör's dir, ich hab richtig roten, knallroten Kopf bekommen und wollte heulen, war richtig so, ich will das jetzt nicht essen und da sitzt du bei deiner Oma und du weißt, du kriegst die übelste Schelle, wenn du es jetzt nicht isst, so, und dann wollte ich es aber unbedingt haben und so, aber mit dieser, ich fand das so reudig, wenn da so die Butter an dieser Schokolade war. Wirklich? Ja. So siehst du gar nicht aus. Und heute denke ich mir so, geil. Ja, eben. Also so, heute siehst du so aus, als würdest du das auf jeden Fall zusammen essen. Ja, jetzt feier ich es. Also, wie ist denn, wie sieht denn dein Tages, also dein Tagesernährungsplan aus? Wie, jetzt mal von Mahlzeit zu Mahlzeit? Rice Pudding? Also willst du richtig mit Angaben oder reicht dir das schon als Aussage, Rice Pudding? Ja, was ist Rice Pudding eigentlich? Na, das ist aber nur Reis, so hydrolysierter Reis, der schon einmal aufgekocht wurde. Das ist sowas wie Haferblocken? Ja, genau. Das ist einfach eine Kohlenhydratquelle. Rice Pudding mit Whey und Himbeeren, wegen Antioxidantien quasi. Ich dachte jetzt wegen des Geschmacks, aber gut. Auch. Aber, also, das Lustige ist ja, wenn du Bodybuilding betreibst, siehst du das Ganze ja nicht mehr aus der Perspektive, sondern du siehst ja Produkte. Ich gucke auf einen Teller und für mich liegen da keine Kartoffeln mit Hähnchen und Gemüse, sondern da liegen Kohlenhydrate mit Eiweiß und Ballaststoffen. So gucke ich auf einen Teller. So. Und, auf jeden Fall, wie gesagt, bringe ich dir wieder bei. Kein Problem. Auf jeden Fall, ja, Rice Pudding ist meine erste Mahlzeit. Meine zweite Mahlzeit ist irgendwie dann ein Isoclear Shake oder halt Gemüse mit ein bisschen Hähnchen. Dritte Mahlzeit ist Reis, Gemüse und Hähnchen oder Nudeln mit irgendeiner Gemüsevariation und eine Quelle an Fleisch, also ob jetzt Rind oder worauf ich halt Bock habe. Mal nehme ich Hackfleisch und mache passierte Tomaten mit rein und mache mir eine Bolognese draus. Mal mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Pfannengemüse, schmeiße da ein bisschen Hähnchen rein und mache da ein bisschen Reis zu und mache da so eine Brille draus. Dann vor dem Training Pre-Workout gibt es wieder Rice Pudding mit Whey und einer Banane. Da geht es eigentlich hauptsächlich nur um Kalium. Dann Training, nach dem Training, im Training habe ich noch einen Intra-Shake mit EAAs, Cluster Dextrin, Kreatin, Salz und noch was, Citrullin haben wir noch, oder? Für den Pump. Ja, um einfach den Pump so ein bisschen zu verbessern. Nach dem Training habe ich 80 Gramm Cornflakes mit 60 Gramm Whey. Das wird dann kurz weggesnackt und wenn ich nach Hause komme, esse ich 300 Gramm Kartoffeln mit 250 Gramm Steak oder Wildlachs mit 20 Gramm Paranüssen. Koch dir das vor oder für den nächsten Tag? Ich mache es frisch. Durch Homeoffice habe ich die Möglichkeit relativ frisch zu kochen. Wenn es natürlich nicht geht, dann koche ich vor. Ja, und das Ganze ist immer gekoppelt mit den Sporteinheiten. Also morgens nach dem Aufstehen erstmal an Trainingstagen 45 Minuten Kardio auf nüchternen Magen und an Rest Days ist das eine Stunde. Dann habe ich halt noch drei Einheiten Insulin vor dem Kardio um meinen Blutzuckerspiegel ein bisschen zu drücken und quasi die Lipolise schneller anzuregen. Vier Einheiten Vaxi. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Ein bisschen Rückenwind. Super Kreatin. Genau. Vor dem Schlafen auch um die Regeneration zu verbessern auch ein bisschen Vaxi und vor dem Training auch noch mal ein paar Einheiten um quasi im Training die Lipolise auch anzuregen. Vor dem Training habe ich jetzt auch mit Insulin angefangen. Habe ich so noch nie gemacht gehabt. Haben wir dieses Jahr mal probiert. Funktioniert gut bei mir. Pump ist brutal. Gerade wenn du Insulin nutzt, hast du ja eine extrem gute Verstoffwechselung an den Kohlenhydraten. Und ich habe ja das Klasse der Extrem drin. Also das heißt, du hast ja sowieso schnell verfügbar Kohlenhydrate. Du machst gefühlt zwei Übungen, du platzt deine Schultern sind rund, alles ist voll. Nach dem Training habe ich nochmal zehn Einheiten um quasi die Kohlenhydrate und das Eiweiß schnell einzulagern und die Regeneration schnell einzuführen. Aber es funktioniert optimal. Also es ist jetzt die fünfte Woche Diät, Körperverdanteil sinkt, Form wird besser, Gewicht stagniert immer noch. Ja, dein Gesicht hat sich auf jeden Fall auch schon verändert. Gesicht, Wangen und auch Stirn ist so ein bisschen, weil das Gesicht reagiert ja auch auf die Wachstumshormone zum Beispiel. Es ist wieder ein bisschen besser geworden. Die erste Woche war, man sieht immer so ein bisschen Wasser. Aber wie gesagt, ich meine, ich bin immer noch bei 128 Kilo. Also es schwankt so. 127 waren es gestern, 127,5, heute waren es 127,9. Aber es schwankt so. Aber wie du selber sagst, jetzt sehe ich es auch, so dieses, an den Wangen wurde es ein bisschen weniger, dieser Knochen kommt langsam wieder ein bisschen raus. Dein schönes osteuropäisches Gesicht kommt noch. Die Jawline. Man sieht wieder, wo du gezüchtet bist. Richtig. Nee, aber das ist so für euch mal vielleicht ein relativ guter Abzug, um mal nachzuvollziehen, wie so ein Tagesabflug ist. Ja, Bodybuilding halt, ne? Das ist für mich immer so völlig beides. Abstrakt? Nee, also es ist einfach, das ist ja, das ist ja alles darauf getaktet, dass du irgendwie einen Körper baust, so, ne? Was bei mir halt überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Es ist halt lustig. Übrigens, die Zuschauer können ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil mir ist da so eine Idee gekommen, wo du schon dieses, wie hieß die da, Sportart, die Sportart, die du testen wolltest, Paddle? Ja. Paddle? Wenn ihr Bock habt, dass Fritz und ich mal einfach so eine Reihe draus machen, wir testen Sportarten, dann schreibst du in die Kommentare. sowas wie zum Beispiel Fritz und Flex beim Beachvolleyball, Fritz und Flex beim Paddle und wir könnten ja daraus dann Challenges machen. Du musst abnehmen. Gegen uns quasi Challenges machen, sowas wie, keine Ahnung, wir suchen uns jeweils einen Mitspieler für Beachvolleyball und gucken dann, wer gewinnt, welches Team. Team Flex gegen Team Fritz. Wie findest du die Idee? Die find ich sehr gut. Oder? Wählen wir nach Optik aus oder nach Leistung? Ich sag mal so. Wir könnten B-Note machen. Ich würde tatsächlich Leistung in den Vordergrund stellen, damit die Zuschauer ein bisschen was zu schauen haben. Also ich sag mal so. Ja, okay. Also zu schauen im Sinne von spielerische Leistung. Ich glaube, meine Idee war auch nicht so schlecht. Ja, aber das wäre ja das Phänomen Frauenfußball. Guckst du dir gerne Frauenfußball an? Um was zu sehen? Ich meine, da siehst du weder spielerische Leistung noch siehst du da Frauen. Meistens. Also du weißt, worauf ich genau auswähle. Total, aber wir können uns ja Sportarten aussuchen, die maskulin, toxisch sind. Ja, oder halt, wo man unter den gegebenen Umständen vielleicht die richtige Kleidung wählen kann, sodass man doch was zu sehen hat. Müssen wir uns dann anpassen und mitmachen? Also wenn wir zum Beispiel so Beachvolleyball spielen. Du ziehst dich besser nicht aus, so wie du aussiehst und ich auch nicht, aber... Aber meinst du, wenn wir so Beachvolleyball spielen, dann so knappe Höschen? Auf jeden Fall, das sollten wir, also wenn dann, dann gleiches Recht für alle. Okay. Schreibst du in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Was könnte man denn sonst noch für Sportarten machen? Nicht bouldern. Ja, ja, könnte ich tatsächlich, war ich gar nicht so schlecht, haben wir, gibt es beim, auf dem Stofftierkanal, kannst du die da angucken, Stofftiere beim Mouldern. Wie viel Körpergewicht hattest du da? Auch so um die 125. Hat funktioniert, ich war auch einer der Besten von uns drei. Also es hat funktioniert, kommt aber davon, weil wir in Polen halt viel Klettern gelernt haben, auf Gerüsten und Co. und Fassaden. Das ist Erziehungs, also diese Clown, weißt du? Ey, da hatte ich wirklich richtig Bock drauf, tatsächlich. Oh, was denn? So die Challenges kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, das kann auch ein cooles Format werden. Und ich meine, wenn man dann so ein bisschen networked und man so coole Leute zu den Challenges bekommt, keine Ahnung, also ich hatte ein Beispiel, mit dem ich auch Volleyball spiele, die haben so etwas Ähnliches gehabt. Da waren zwei Jungs, die haben gesagt, pass auf, wir spielen Beachvolleyball, der Verlierer muss dann irgendwas machen und der Gewinner kriegt hier einen Pokal und der Verlierer muss dann irgendwie ein dummes Bild machen und das posten und sagen, dass der andere voll der Volleyball-Gott ist und so, einfach so typischer Männershit. Und der eine hat das so ernst genommen, der hat einfach die komplette Nationalmannschaft im Volleyball angeschrieben und hat einfach jeden gefragt, ey, kannst du mit mir einen Doppel spielen? Ich will meinen Freund fertig machen. Und dadurch hat keiner geantwortet, bis auf einen, aus Berlin. Und dann hat er ihm geschrieben, hey, meinst du das ernst? Und dann mein Kumpel meinte so, ja, Bro, ich schörst dich, ich hol dich auch von zu Hause ab, ich bezahl dir alles, also dein Anteil und Co., bitte komm nur und spiel mit mir dieses Spiel, weil ich will unbedingt schlagen. Und dann ist der mit dem Typen aufgekauft und da meinte der andere schon so, als ob, weil er meinte so, ja, ich hab einen Kumpel von früher aus dem Fußballverein, ich bring den mit, mit dem spiele ich. Und dann meinte der andere so, ja, okay, kein Ding, ich hab auch schon jemanden gefunden. Naja, auf jeden Fall kam dann mein Kumpel mit dem Typ einfach in der Nationalmannschaft, na, was soll ich dir erzählen, das war dann so ein zwei Meter schwarzer Typ, der definitiv nicht aus, als er da jemals in seinem Leben Fußball gespielt hatte und der hat die so böse abgezogen. Mein Kumpel meinte, der hätte das Spiel alleine machen können, mit verbundenen Augen wahrscheinlich, der hat die so zerstört, er meinte, das war nicht mehr nett, die anderen waren eigentlich nur noch links, rechts am Rennen und er hat die einfach weggeschmettert, die vom Feinsten, ja, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich bin Nationalspieler und so und, aber ist eigentlich auch lustig. Das ist jetzt, das hättest du nicht. Wieso? Weil du es auch machst? Na, jetzt wo du es vorgeschlagen hast, also mal gucken, was wir für Sportarten nehmen, aber, na, mal sehen. Okay. Schauen wir mal. Wir müssen erstmal jetzt hier in den Kommentaren die vernünftigen, die richtigen Disziplinen reinbekommen. Ja. Eigentlich voll, es gibt so lustige Dinge, die wir eigentlich machen könnten. Man könnte so Tischtennis und. Ja, auch sowas wie rudern, in einem richtigen Ruderboot, Kanu, Kajak, es gibt schon tausend Sachen, die man machen kann. Safe. Wir brauchen irgendeinen Cutter, also einen Kameramann, der mitkommt, der das Ganze einigermaßen hinbekommt. Also, wenn da jemand zuhört, der gerne Kameramann sein möchte. Aus Berliner Raum am besten? Ja, auf jeden Fall aus dem Berliner Raum. Ja. Es ist ein bisschen teuer, euch immer einen. Es gibt keine Bezahlung. Das Einzige, was ihr bekommt, ist einen feuchten Händedruck und ihr dürft die Videos dann auch noch kostenlos schneiden. Und viel Anerkennung. Und viel, ihr kriegt ein Ad, euer Instagram wird verlinkt. Und, gegebenenfalls, gibt es auch noch Überraschungspakete. Die wären? Überraschung. Ah, Ah, Überraschungspakete. Überraschungspakete. verstehe. Vielleicht, vielleicht ist es auch gut und dann. Ja, wie so eine Mysterybox von Saturn. So, wo du dann so dreimal eine SSD-Festplatte kriegst. Du, also ich bin da, ich bin da durchaus auch Gönner. Wenn es Win-Win ist. Win-Win-Win. Ja. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, Spaß beiseite. Wenn es wirklich jemanden Fähigen gibt, der eine Kamera schon mal in seinem Leben gehalten hat und weiß, wie sowas funktioniert und Bock drauf hat, dann kontaktiert. Und mit Adobe arbeitet. Ja, mit Adobe arbeitet. Dann kontaktiert gerne Fritz oder mich. Und dann finden wir bestimmt einen Weg, wie wir euch, ja, auch was zurückgeben können. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo wir bei diesem ganzen Ding sind. Ich habe gerade hier eine Frage gestellt bekommen. Und zwar, darüber haben wir letztes Mal schon mal ein bisschen geredet. Wann sollte man Menschen Tipps im Gym geben hinsichtlich der Ausführungen etc. Bla. Also, wann, wie sollte die Dynamik sein, dafür, dass man diese Frage, dass man Tipps gibt? Also, im Sinne von, ab wann die Person berechtigt ist oder wann im Sinne von, sag mal, warten, bis die Person ihren Satz beendet hat. Nee, also so von wegen, so jetzt, warum reagieren Menschen auf einen so beschissen, wenn man helfen will? Kennst du vielleicht ganz oft, wenn du so, ne, also, wenn man, wenn man irgendwie das gut meint, also ich mache es grundsätzlich gar nicht. Ich auch nicht mehr. Ich helde niemandem mehr irgendwie. Ich habe es mal gemacht und habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Aber wann ist so der, wann würdest du sagen, ist so die, die Ebene richtig, ähm, jemandem vielleicht einen Ratschlag zu geben? Also, aus meiner Sicht ist es eigentlich, ethisch gesehen, immer der richtige Moment, wenn du jemanden siehst, dass er etwas falsch macht, weil er sich verletzen könnte damit. Ja, definitiv. Egal, ob man jetzt das gesponnen sieht oder nicht, aber diese Bewegungsmuster prägen sich halt ein. Wenn du eine Bewegung hundertmal falsch machst, wirst du sie halt, länger falsch machen, als wenn du sie nur einmal falsch gemacht hast und danach direkt korrigiert bekommen hast und danach mit der korrigierten Fassung halt hundertmal richtig machst, prägt sich das eher ein als hundertmal falsch und danach einmal korrigiert und dann fällst du schneller wieder zurück in dein Muster. Deswegen bin ich der Meinung, eigentlich sollten wir schneller drauf kommen und Leute korrigieren, aber, hier ist das aber, die Resonanz, die man von den Leuten bekommt, ist leider immer eine, wo ich mir denke, sag doch einfach danke, dass ich mir meine Zeit nehme, um dir zu helfen, aber die Leute sind dann so nach dem Motto abgefuckt oder versuchen sich zu rechtfertigen, so nach dem Motto, ja, aber mein Kumpel hat mir gesagt, das ist so richtig, so, ja, okay, dann hat dein Kumpel die Scheiße erzählt, hör mir doch einfach zu. vor allem, wenn du vielleicht sogar nach außen hin eine Ausstrahlung hast oder vielleicht einen Körperbau, der signalisiert, hey, ich weiß, woran ich rede, ja, was halt immer sehr, sehr schwierig ist, ist, wenn ein Mann eine Frau korrigiert, weil das immer diesen Fadenbeigeschmack hat, dass man einen anderen Hintergedanken dahinter hat, das habe ich auch schon des Öfteren gehabt, deswegen habe ich irgendwann einfach sein lassen, ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation bei Goats Gym, da dachte ich, der Typ oder das Gerät geht kaputt und da mir das Gerät sehr wichtig war, bin ich eingeschritten. Erzähl, was war es für ein Gerät? Es war die Rudermaschine und die goldene oben quasi vor dem Goats Gym Mecha-Logo, da ist so eine goldene, zwei, also die duale. Der Dual-Row, genau, wo du quasi dieses Pad auf der Brust hast, weißt du, die steht auch nochmal im Performance-Center, dann gibt es zwei. aber die eine steht oben und da war ein Junge dran, der war vielleicht 18, 19, lass es 20 sein. Schon mal gut, dass er im Gym ist? Absolut, ja, nur nicht in meinem, aber er hatte das Ding voll beladen, also wirklich Gewichte, wo ich sage, krass, so 60 Kilo pro Seite für jemanden, der wirklich nicht stark aussieht, und er hat sich halt komplett vom Gewicht mitreißen lassen, also wirklich komplett in dieses Kissen und das Kissen war nicht mal eingestellt, also es war auf der weitesten eingestellt nach innen, also er hatte gar nicht diese Range of Motion, sondern er ist mitgegangen und hat dann irgendwie mit Schwung komplett seinen Rücken nach hinten genommen und war dann wie liegend, weißt du, also parallel zum Boden mit dem Rücken und hat es dann irgendwie so gehalten, hat sich dann wieder so nach vorne geschwungen und wieder das Ding und wieder nach vorne, wo ich mir dachte so, Alter, was macht der da? So entweder reißt gleich seinen Bizeps ab im gedehnten Zustand und da bin ich hingegangen und ich meinte so, ey, Bro, entspann dich mal, ich zeig dir mal, wie das geht, hab das Pad erstmal rangezogen, hab ihm gesagt, ey, probier doch vielleicht erstmal einarmig, halt dich hier gegen, erzeug eine Stabilität und zieh dann wirklich am Körper vorbei und dann, okay, er macht es einmal, richtig, er sagt, ja, sieht gut aus, probier das nochmal so ein bisschen, mach vielleicht den 20er runter, mach 40 Kilo, mach 20 erstmal für den ersten Satz, probier das erstmal den Bewegungsablauf reinzubekommen und dann erhöhe. Ja, okay, danke. Ich geh rüber zum Kabelturm, dreh mich um, macht er die Übung wieder so, wie davor. Er liegt einfach wieder halb in der Luft, ich denk mir so, will der mich verarschen? Hat er das wieder zurückgestellt, das Brustbild? Er hat alles komplett wieder zurückgemacht, wie es war. Ich dachte mir so, will der mich verarschen? Ich war kurz davor, Anlauf zu nehmen und mit einem Dropkick von der Seite reinzuspringen und dann dachte ich mir so, okay, das ist doch wieder der Beweis, warum tust du dir das an? Es gibt doch eigentlich Leute, die dafür bezahlt werden, diese McFit-Trainer. Eigentlich müssten die nichts anderes machen, als die ganze Zeit auf der Fläche präsent sein und nicht nur Papier zu überprüfen, ob es verfügbar ist, sondern gucken, alles klar, ey, der macht seine Schultern kaputt, da geh ich mal hin, da schreite ich mal ein. Habe ich noch nie gesehen? Noch nie? Noch nie? Du? Ich bin noch mal im Studio. Oder ich bin in einem abgefuckten alten Gewichthebeverein mit einem 68-jährigen Russen, der nur sagt, noch eine. Ja gut, aber ich meine, du bist ja auch schon viel im Gym gewesen, auch hier bei uns mit Fit1. Ja, aber McFit-Malzdorf damals war, es ist genau das gleiche, du brauchst eigentlich niemanden, also du brauchst damit gar nicht anfangen, weil, auf welcher Ebene denn? Also erstmal, die Leute machen doch, also die Leute machen ja, was sie wollen, zwangsläufig, und solange es jetzt nicht sowas ist, wo sie mich fragen, also Fit1 war auch viel beim Thema Kniebeugen oder Überkopfdrücken oder so Sachen, die ich da gemacht habe, da wurde ich schon viel auch mal gefragt, aber es ist immer so eine Quinn, die Ebene ist immer komisch, wenn du selber dahin gehst und irgendwas weißt, wenn man so besserwisserisch rüberkommt. Ja genau, du tust so, als würdest du denen jetzt was erzählen wollen und ja gut, du willst denen ja auch gerade was erzählen, das stimmt ja auch, und am Ende, ich sage ehrlich, dass es mir eigentlich völlig egal ist, ob die Leute sich da wehtun oder nicht. Eigentlich, ja. Also, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob es halt falsche Bewegungen gibt oder nicht, also ich würde da eh nochmal anders rangehen, es gibt so gesehen keine falsche Bewegung, du wirst wahrscheinlich, wenn du dich besser bewegst, einfach weniger Probleme bekommen und mehr Trainingserfolg haben, aber das ist ja die eigene Entscheidung. Das heißt, also was heißt falsch, solange du eine Bewegung ausführen kannst, kannst du sie ausbinden. Also wenn sie falsch wäre, wenn sie nicht menschlich wäre, dann würde dabei direkt was kaputt gehen. im Sinne von, es ist die falsche Bewegung für das, was du eigentlich trainieren willst. Wenn du den Rücken trainieren willst, solltest du keine Ausfallschritte machen. Ja. Ist schon richtig. Ja, genau. Also in dem Bezug ist es eine falsche Bewegung für den Anspruch, dass du einen Rücken aufbauen möchtest. Genau. Dass du dein Latt verbessern willst. Du könntest dir überlegen, dass dein Unterrücken vielleicht trainiert wird, wenn du Ausfallschritte machst mit der Langhande. Bestimmt. Ja, durch Stabilität. Dein Lattissimus wird wesentlich weniger Reiz bekommen im Vergleich, als würdest du Klimmzüge machen. Also Klimmzüge wäre dafür, dass du deinen Rücken trainieren kannst, wesentlich besser als ein Beinstrecker. Ja. Sollte man meinen, ja. Aber am Ende ist das, also, solange es nicht mein Studie ist, wo die das machen und in meinem Kontext ist mir das völlig rain. Aber das ist der Grund, warum ich nicht mehr ins Skullstim zum Beispiel gehen kann und da trainieren kann, weil mir, also diese Atmosphäre, wo Leute um mich rum erstens ohne Ernsthaftigkeit trainieren, das ist das eine, also es ist nicht ernsthaftes Training, sondern so ein halbes Schaulaufen, das geht mir, da komme ich einfach, da habe ich auch einfach keinen Bock zu trainieren, wenn um mich rum nur so, also, keine Ahnung, so möchte ich ja ein Instagram-Trainierende irgendwie rumhängen und nicht hart trainieren, weil mich das auch nicht inspiriert oder motiviert. und dann halt, wenn du halt siehst, wie wenig sie aus der Zeit, also auch wie wenig sie einfach aus der Zeit machen und was sie dann trainieren, da kriegst du ja kein Hoch, weißt du? Ja. So, da bin ich dann lieber nicht, wenn es jetzt noch so wäre, dass es so Gyms gäbe, wo wirklich ernsthaft, ernsthaft trainiert wird, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, ein gutes Beispiel, das Gym in Wien, wenn du da reinkommst, dann auch im Gewichtheben-Bereich, dann hast du einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit in dem Training von ganz vielen, was dich so mitreißen kann, aber selbst da ist es so, beim Olympischen Gewichtheben zum Beispiel, wenn jemand gerade 160 Kilo über Kopf gestoßen hat, solltest du vielleicht nicht so schräg über die Plattform an ihm vorbeilaufen. Das könnte ziemlich gefährlich sein für dich selbst und für ihn natürlich auch. Und da passiert sowas auch schon mal, wo ich mir denke, so okay, normalerweise müsstest du jetzt hier mal den Kniebeugeständer ein bisschen näher kennenlernen. Ja. Aber das ist ja, also das ist ja, wenn du im Gym keine Leistungskultur hast und in einem McFit und im Gold's Gym hast du einfach, also im Gold's Gym habe ich schon das Gefühl, da wird schon härter und besser trainiert als in vielen anderen McFit und John Reeds, aber am Ende. Das war ja auch damals der Grund, warum ich ins Powerhouse gewechselt bin. Ich bin ja auch zu so einer Ära dahin gewechselt, wo Bodybuilding gar nicht im Mainstream verfügbar war, bei 2010 gewechselt. 2010 war das noch so eine Subkultur, so eine kleine eigene Dynamik und keiner hat sich dafür interessiert und es gab noch kein Social Media großartig. aber es gab diese kleine Berliner Einheit von 15 Mann, die immer zur gleichen Uhrzeit im Gym waren, wo man sich wirklich gut kennengelernt hat, a la Kevin Wolter, ja, und damalige Komparsen wie Nen Robin zum Beispiel, mit dem ich in der gleichen Gewichtsklasse gewesen bin, auch in Junioren und Co. Und es war halt so geil, weil du hattest halt Leute, die die gleiche Passion für etwas hatten, die den gleichen Antrieb hatten, plus das gleiche Ziel hatten und auch nicht dieses ah, ich komme mal zum Sport, weil es irgendwie gerade voll trennt und ich mache mal drei Insta-Stories und dann gehe ich wieder. Sondern die hatten, die wussten alles klar, nächstes Jahr im Mai ist die Berliner Meisterschaft, ich will abreißen. Ich will nochmal drei Kilometer draufpacken, ich erhöhe meinen Stack, keine Ahnung, ich baller mir jetzt 300 Milligramm mehr Testosteron und ich ziehe die Scheiße jetzt durch und ich mache jetzt die 80 Kilo Kurzhanteln und dann hast du halt jemanden gefragt, so ey ja Fabi, kannst du mich mal kurz spotten? Und hier und da war das halt extrem laute Mucke und dann lief da, weiß ich, Rammstein oder ACDC, bist du reingekommen und da hat es nach Pisse gestunken gefühlt und nach allem Möglichen. Aber du hast schon Bock eigentlich. Voll. Da gab es keine Frauen. Keine. Und die Frauen, die da waren, musstest du fragen, ob sie nur Frauen sind, also Frau sind oder waren oder wie auch immer man das nennen soll. Aber das Geile ist, wenn keine Frauen in der Nähe sind, hast du auch gefühlt keine Ablenkung. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du in einem Gym bist, wo nur Männer sind oder in einem Training bist, wo nur Männer sind, konzentrierst du dich verdammt nochmal auf das Essentielle, auf deinen Sport. Und das meine ich gar nicht aus der Sicht, dass du wie so ein Idiot dann geierst oder so, sondern ganz im Gegenteil. So du trainierst, dann läuft irgendwie eine Frau vorbei, dann fragt sie, irgendwie brauchst du gerade die Scheibe oder irgendwas oder keine Ahnung, manchmal haben Frauen dann so eine Art, so unnötig, neben dir zu trainieren, in einem Blickwinkel, wo du sagst, als Mann, es ist, du guckst halt einfach auch mal in die Runde und dann ist sie neben dir und dann ist so der Blick da und dann guckst du wieder weg und dann hast du das Gefühl, du bist zu nah in ihrem privaten Kreis, dann gehst du wieder woanders hin, dann bist du wieder komplett raus aus deinem, deswegen... Hast du echt das Gefühl, nur mit deiner Existenz könntest du jetzt jemanden belästigen? Ja. Wirklich. Absolut. Und das nervt mich halt. Ja, und deswegen war das immer ganz geil, wenn du in einem Gym warst, wo einfach wirklich nur so ein reines Männerding, so eine Eisenhöhle. Ich hab mal wirklich überlegt, ob ich hier früh, also bei mir im Gym, ob ich so früh sieben Uhr morgens so einen Mans Club mache. Okay. Nur Männer. Okay. Nur Work, nur Männer. Also wir haben ja fast, also wir haben ja sehr viele Frauen hier, ob ich so dreimal die Woche nur Männer mache. so dass man mal unter sich auch einfach in Ruhe Scheiße quatschen kann, ohne... Okay. Ohne halt... Na, bisher hab ich noch nicht... In der Bewegung gezogen. Durchgezogen. Also ich find, die Idee find ich ganz gut. Also ich... Die Idee, ich versteh das total, weil ich hab ja, wir haben ja super viel, ist ja alles gemischt hier, ist auch ein freier Raum und darum geht's auch, aber ich mein, es gibt so viele nur Frauen-Gyms und nur Frauen-whatever und es gibt aber nie dieses nur Männer und ich find eigentlich, dass wir genauso davon profitieren könnten, wenn wir einfach mal so eine Runde dummer Bauern sein können. Absolut. Also hier gerade am Wochen... Ich war am Mittwoch, war ich mit meiner Freundin in der Therme. Wollte ein bisschen saunieren und ein bisschen entspannen und so weiter und dann kommen wir da hin und da ist dieser Aussagen mit den Aufgüssen und dann war da einfach ein Aufguss Only Ladies. Wo ich mir denke so, wo ist Only Man? Weißt du, so angeblich Gleichberechtigung, ja dann lass doch für alle den Aufguss sein und nicht so Only Women-Aufguss. Ja, aber ähm... Also das ist wirklich was, wo ich manchmal denke so, voll fein, aber wieso gibt's das nicht, also so... Und dann, wenn's so Männer, wenn's so Men, also wenn's so Herren, wie hieß das früher? Herrenclubs oder... So, ich mein, das würden jetzt alle sagen, das ist ja total patriarkt. Ja, 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 ja. So, aber andersrum ist okay. War ja auch so diese Herrenräume. Genau. So mit Zigarre und Co. Einfach so, wo man als Mann sich getroffen hat, bei anderen einmal eine Runde B-Jert gezockt hat, eine Zigarre geraucht hat. Finde ich vollkommen legitim. Aber warum auch nicht? Also gibt's ja andersrum genauso. Ja, du musst ja auch ab und zu mit einem intelligenten Menschen reden, ne? Das hat mein Opa mal gesagt, das war der geilste Spruch von ihm. Wenn mein Opa manchmal miteinander, also mit sich selbst gesprochen hat, so beim Auto reparieren oder so, dann meinte ich so, Opa, mit wem redest du eigentlich? Er so, mit mir selbst. Ich so, hä? Als Kind so. Ich sag, wieso? Er so, naja, Opa muss auch ab und zu mit einem intelligenten Menschen sprechen. Aber auf Polnisch. Ja, ja. Das war so witzig. Ich hab's denen aber erst später verstanden, was er meinte. Er hat einfach so, Oma, mies, getisst. Ja, das war schon witzig. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, wann sollte man Tipps geben an jemanden im Gym? Wenn er fragt. Genau. Oder gar nicht. So. Ansonsten konzentriert euch auf euer Training, macht euer Ding, habt Erfolg und dann irgendwann fragen sie ja schon. Und wenn sie sich nicht fragen und weiterhin keinen Erfolg machen, dann sind sie jetzt schlichtweg. Fragt euch einfach eine Frage, bevor ihr das machen wollt. Das ist die Frage, die ich mir mittlerweile vor allem stelle. was hab ich davon? Das stimmt fürs ganze Leben. Das ist leider wirklich das, wonach man sich orientieren sollte. Auf der anderen Seite finde ich es halt sehr transaktionell. Und so eine gewisse Familiarität geht halt dadurch total verloren. Willst du Familiarität in einem McFit haben? In einem Fitness, würde ich mir, also denke ich, jeder würde davon profitieren, wenn man eine familiäre Stimmung in jedem Fitnessstudio hätte. Auf jeden Fall. Weil Leute würden sich mehr gesehen fühlen. Obwohl, wir haben ja viele Kommentare bekommen, dass Leute ihre Ruhe haben wollen und so. Ich glaube, für die gesamte, für alle, die irgendwie auf der Welt rumlaufen, wenn sie ein bisschen mehr wahrgenommen werden, wenn sie ein bisschen mehr gesehen werden, wenn man sich ein bisschen mehr für sie interessiert, wenn man sich ein bisschen mehr um sie kümmert, würden alle viel mehr aus sich rauskommen und es würde am Ende auch viel mehr dabei rauskommen. Ja, aber wenn jeder so denken würde. Aber das muss jeder denken. Wenn jeder so denken würde, dann würde es auch funktionieren. Problem ist, es denkt nicht jeder so. Und wenn du dann derjenige bist, der so denkt, wirst du immer am Ende derjenige, der den Kürzeren zieht. Deswegen ist mein Credo absolut, fragt euch immer wieder, wenn ihr eine Sache machen sollt, für irgendjemanden oder Co., was hat mich davon? Egal, worum es geht. Sogar wenn jemand fragt so, hey, kommst du mit mir mit essen? Dann fragt euch, was habe ich davon? Das stimmt, da bin ich richtig konsequent. Also ich verbringe echt ganz ausgewählt Zeit mit Leuten. Ja, absolut, ey, wie oft hast du mit irgendjemandem am Tisch gesessen? Oder habe ich sehr oft gemerkt und hatte damit sogar eine Diskussion mit einem sehr, sehr guten Kumpel, der ab und zu mal so ein bisschen Mentor-mäßig bei mir irgendwie Tipp gibt. Der meinte auch, wenn du das Gefühl hast, du sitzt mit deinen Freunden am Tisch und du stehst nach zwei Stunden auf und du hast immer noch das Gefühl, du bist der Schlaust am Tisch, wechsel den Freundeskreis. Weil diese Freunde werden dich nicht vor Branden bringen. Das klingt total dumm, weil man denkt sich so, hä, aber das sind Freunde seit Tag 1. Ja, okay. Aber was ist, so, wenn ihr euch nicht entwickelt? Ich meine, diese Freunde seit Tag 1 können sich ja auch entwickeln, wenn sie aber nicht tun. Und du dann derjenige bist, der nur 300 Schritte weitergelaufen ist, aber die stehen da hinten und ihr sagt, ey, wir wollen aber da hin und du musst sie irgendwie motivieren, mitzulaufen, bringt es dir nichts. Dann such die Leute, die schon 300 Schritte vor dir sind, wo du schnell hinsjoggen kannst, gefühlt, also metaphorisch gesehen, und dann mit denen mitläufst, als andere mit dir mitzuziehen, die gar nicht laufen wollen. Und das ist ja bei uns auch so, wir hatten ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir angefangen haben mit einem Podcast und es hat sich halt entwickelt und dann kommst du vielleicht in einer anderen Konstellation auf einer anderen Ebene wieder eher dazu, dass alle sagen, ey, ich hab voll Bock, damit Zeit zu verbringen. Also das ist schon okay. Aber ich meine, da gibt es verschiedene Ebenen. Ich meine, mein Bruder kann eigentlich fast machen, was er will und ich werde Zeit mit ihm verbringen, aber halt auch nur fast. Und wenn das halt was ist, was dir nichts bringt, dann wirst du das immer so ein bisschen reglementieren. Das ist am Ende so ein bisschen die Realität. Naja, guck mal, es gibt ja auch immer andere, also warte, wir müssen erstmal auch nochmal kurz festlegen, was heißt automatisch auch, also was für ein Produkt kann hinter der Frage, was hab ich davon stehen? Wir können ja einmal die monetäre Geschichte sehen, dass wir sagen, alles klar, wenn ich das mache, hab ich vielleicht irgendwo einen Cashflow oder irgendwie einen Businessmodell. Erfolg, Social Media Reichweite, irgendwas. Okay. Dann hab ich Unterhaltung. Ich will mich nur für die Reichweite. Ja. Spaß. Nein, aber Unterhaltung. haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben genau, du kannst ja auch mit jemandem Zeit verbringen und sagst, ey, der Typ ist so lustig, ich geh gerne mit dem für zwei Stunden raus und lach mich kaputt. Ja. So, und dann ist es doch auch okay. Dann ist aber die Frage beantwortet, was hab ich davon? Spaß. Fertig. Ja? Genau. Aber da muss man halt abwägen. Wenn es dir aber gar nichts bringt, weil du sagst, ey, ich geh da hin, ich hab weder Spaß, weil das ist voll der Hungensohn, dann, äh, es bringt mir auch nichts, weil der ist total, keine Ahnung, hat businessmäßig gar nichts auf dem Kasten oder ist, äh, weiß ich, social media technisch nicht, dann müsst ihr euch ja überlegen, bringt es mir überhaupt was, mich mit dem Typen zusammenzusetzen? also am Ende könnt ihr sagen, bringt's euch Spaß oder bringt's euch Geld und sonst kannst du, das klingt total dumm, aber es ist leider so, in deiner jetzigen Gesellschaft macht es halt dementsprechend nur Sinn für mich. Ja. Das ist so. Und das lernt man aber, du lernst es halt im Leben irgendwann kennen. Du weißt selber, wie das war, mit 18 hattest du so einen riesen Freundeskreis und am liebsten hättest du mit allen deinen hunderttausend Freunden gechillt. Aber du hast einfach gemerkt, der bringt dir irgendwie gar nichts, der bringt dich vielleicht nur in Schwierigkeiten, weil der ist nur am Drogen konsumieren und irgendwie am Scheiße bauen und animiert die anderen auch irgendwie dazu und, ähm, und du bist es leid, quasi immer wieder Nein zu sagen, weil der sagt, ach komm, kiff doch mal eine Runde mit mir, rauch doch mal was oder nimm mal hier die Drogen und hast einfach irgendwann keinen Bock und dann distanzierst du dich davon. Und jetzt mit 30 ist so, keine Zeit mehr. Ey, ich hab absolut meinen Freundeskreis so minimiert, wirklich auf ein so kleines Maß, wo ich wirklich sage, Freunde und es gibt Partner, so Businesspartner und Co. Bei dir ist es ja nochmal was anderes, weil wir ja hier so einen Mix haben aus schon langer Freundschaft und Business, wo man sagt, man hat so ein paar Ideen und man arbeitet dran und das ist so eine Entwicklungsprozedur und das ist ja auch das, wo ich sage so, was bringt mir das? Man hat mehrere... Ja, das ist beides. Wir haben Bock drauf. Wir haben halt Spaß, wir haben einen Businessfaktor dabei, weil wir sagen, ey, wir produzieren damit Content für uns beide. Genau, schön, mein Protein bestellen mit Fritz. Genau, oder ESN Fricks. Und nein, aber es ist halt ein Win-Win. Es bringt Geld und Spaß. Genau, fertig. Und es ist auch vollkommen legitim in der Welt, in der wir leben. Ja, ich muss jetzt arbeiten, Digga. Du musst arbeiten und ich muss meine Freundin auslachen für das, was sie hier machen wird. Genau, mit mir arbeiten. Mit dir arbeiten? Und ansonsten, denkt wieder dran, haut es in die Kommentare, wir hatten ja einen lockeren Einstieg eurer Schlagt-Uns-Sportarten-Aktivitäten vor. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Ich bin sogar bereit, Videos selbst zu cutten. Also brauchst du nur jemanden, der das filmt? Wenn jemand kommt zum Film, dann muss auch jemand cutten. So, ansonsten kann Caro filmen. Das stimmt. Also, oder Kalipa. Kalipa mit so, in der Head-Kamera. Digga, das wäre so lustig. Das wäre ein richtig geiles POV. Wenn wir so paddeln gehen würden und Kalipa kriegt einfach so eine GoPro oben drauf. Das wäre schon witzig. Okay. Dann haben wir da. Gut. Wir hätten den lustigsten Kameramann, den es gibt. Ja. Das wäre schon lustig. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen können. Vielleicht aus Gag so einmal einbauen. Kalipa-Cam. Kalipa-Cam. Das wäre witzig. Okay. Immer so Einblendungen. Kalipa-Cam. Und er ist einfach irgendwo weit und pinkelt gerade. Das wäre so lustig. So richtig random aus dem Kontext gegriffen. Irgendwo im Bus. Wir sterben irgendwo mitten auf dem See so am Paddeln und Kalipa ist einfach am Pinkeln so im See. Das wäre immer witzig. Ja. All right. Und ansonsten, denkt dran, ne? Bisschen Support hier. Kommentiert irgendeine Scheiße. Sag mal bei Minute eine Minute neun, bei Zeitschnippe eine Minute neun sagt Fabi, du warst schlau. Schreibt mal hin. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf rein. Ciao, ciao.